herzlich willkommen zum tech talk 32 heute mit dabei ist der david sondermann und der georg hilmer ja und ich der steffen kolb ist natürlich auch mit dabei ja wir sind heute wieder zu dritt letzte folge war ein bisschen ja war man nur zu zweit und david ist wieder zurück und hat sich ein bisschen tunen lassen und facelifting bauchlifting genau genau und jetzt ist er wieder voll im einsatz hier und wir fangen natürlich auch diese woche an mit der umfrage der woche ihr habt ordentlich gevotet und habt uns auch ordentlich input gegeben was natürlich echt schön ist freuen wir uns natürlich immer drauf und das meine ich wirklich ganz ernst also es ist immer ganz interessant zu sehen wie seid ihr eigentlich zu gewissen themen eingestellt ich habe ja schon mal gesagt das habe ich von harald schmidt geklaut aber ich finde es immer noch cool dass ihr das somit tragt und deswegen diese woche auch wieder umfrage der woche.qso4u.com die fragen werdet ihr dann im laufe des podcasts erfahren ihr könnt natürlich jetzt auch schon draufklicken logischerweise und könnt abstimmen und kommentieren und auch fragen an uns stellen und das ganze natürlich völlig anonym und wir haben euch in der letzten episode gefragt sollte es ein recht auf home office geben robertus heil hat ja schon das mehr oder weniger gefordert und möchte das in gesetze gießen und so weiter das kann man ja sehr zweigeteilt alles sehen und ihr habt mit elf stimmen für ja gestimmt also die mehrzahl war eigentlich wirklich dafür und hat gesagt hey es muss ein recht auf home office geben nein haben tatsächlich drei leute gestimmt zwei leute waren unentschlossen dann haben wir euch noch gefragt seid ihr aktuell im home office und ja da haben sechs leute mit ja abgestimmt und zehn leute mit nein also wirklich die mehrheit der leute von uns hier die abgestimmt haben muss man natürlich immer dazu sagen befinden sich leider nicht im home office was natürlich relativ schade ist ich meine es bietet sich nicht immer an aber gerade in der aktuellen situation ist natürlich home office schon mittel der wahl um einfach kontakte zu vermeiden persönliche ja dann konntet ihr uns natürlich noch eure erfahrungen zuschicken vom bezüglich home office und ist ganz interessant also da wird oftmals auch der störfaktor kollegen ins spiel gebracht also dass man halt viel ruhiger arbeiten kann keine nervigen kollegen oder störfaktoren im büro die können ja auch vielseitig sein es gibt ja auch kollegen die die riechen vielleicht ein bisschen streng oder so und dann ist man vielleicht ganz froh wenn man ein bisschen weiter weg ist ja kann mich dort besser konzentrieren hat zum beispiel einer geschrieben das kann ich auch so unterschreiben also das ist finde ich viel angenehmer vor allem wenn du halt wirklich keine routine aufgaben hast sondern irgendwelche konzepte ausarbeiten muss irgendwelche texte schreiben muss ist es natürlich schon angenehmer wenn das dann im home office passiert man kann sich da wirklich konzentrieren ja dann hat einer noch kritik geäußert im home office arbeiten viele arbeitnehmer wahrscheinlich mehr im haushalt als für die firma weiß ich nicht also sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so weil ich denke mal das gibt gar nicht so viel spielraum also ich glaube wenn der mitarbeiter so viel spielraum hat dass er sich da wirklich hinsetzen kann und kann dann irgendwie was weiß ich wäsche waschen oder so dann läuft da irgendwas falsch meine meinung also ich kenne niemanden der im home office home office großartig sein haushalt pflegt oder irgendwas weil du hast ja dann auch oftmals telefonanrufe meetings videokonferenzen was auch immer alles und letztendlich ist es ja auch so dass von dir ergebnisse erwartet werden also wenn wenn du irgendwo arbeitest wo keine ergebnisse erwartet werden dann bist du schon krass also dann ja also ich muss sagen ich kann kann es jetzt so beurteilen auch aus ich sag mal betriebsratssicht so ein bisschen nachdem ich auch jugend auszubildenden vertreter bin und auch in der betriebsratssitzung mit drin sitze das sowas ja auch immer mal wieder ein thema was natürlich also jetzt nicht bei uns aber generell in firmen aufschlägt was wo es auch viele beiträge und was auch immer zugibt die ein sind ja so auf der krassen linie und sagen ja keine ahnung ich kann meine mitarbeiter im home office nicht mehr überwachen muss sagen bei uns wird es so gehandhabt dass halt einfach darum geht du musst halt deine sachen liefern und ich meine klar potenziell kannst du das aber auch in der arbeit sind wir mal ehrlich gibt auch genug möglichkeiten wo leute in der arbeit vielleicht auch irgendwie am handy hängen die ganze zeit irgendwelche anderen sachen rumsurfen das jetzt daheim so viel anders ist also keine ahnung drei stunden auf der toilette und das hast du auch in der arbeit also von daher ja ich finde dieses modell von der man muss die arbeitnehmer so krass überwachen ist sowieso auslaufmodell meiner meinung nach natürlich gehört eine wie soll ich sagen eine eine zielkontrolle in dem sinne also in dem wenn du ein projekt hast oder so das gehört natürlich dazu das ist klar aber dieses stupide nach dem motto ja der chef kann im home office die ja nicht mehr über die schulter schauen ist ja auch oft immer so ein argument warum home office ja verwehrt wird oder viele viele jahrelang viele unternehmen das ich sag mal gar nicht wollten weil es dann heißt ja ich habe keine möglichkeit mehr meine mitarbeiter zu überwachen was auch immer was ja so eigentlich auch nicht ganz rechten ist ganz rechten das mal so ganz blöd gesagt ja da gibt es ja wirklich ganz klare grenzen wie weit du gehen darfst du weißt es als betriebsrat natürlich viel besser als ich ich sehe das aber auch dann sage ich mal auch als jetzt geschäftsführer so dass ich sage naja wenn ich jemanden einstelle dann habe ich ja schon so gewisses grundvertrauen in den mitarbeiter und wenn ich dann sage ja der arbeitet im home office nix dann muss ich eigentlich meine entscheidung als chef dann hinterfragen und sagen mensch habe ich vielleicht die falsche person eingestellt habe ich vielleicht so nachlässig den überprüft in anführungsstrichen bei bewerbungsgesprächen assessment center etc was halt so anfällt und das ist halt schwierig und letztendlich sage ich mal wenn jemand in der firma nix macht dann macht er im home office auch nix wenn jemand in der firma in sich prozesse integriert ist und überall mitarbeitet und so weiter und so fort dann kann der sich zu hause gar nicht rausnehmen weil allein schon die kollegen merken dass irgendwie die ergebnisse zu wünschen übrig lassen oder gar nicht vorhanden sind oder gar nichts gemacht wird und also ich kann diesen kritikpunkt nicht ganz mittragen ich höre das auch immer wieder aber so wirklich mitbekommen habe ich bisher noch nicht und klar es gibt überall arschlöcher aber die gibt es auch in der firma und dann sitzt halt der kollege dann zwei stunden auf dem lokus keine ahnung und und surft im netz oder pennt ja aber das ist halt auch so eine geschichte da kannst du halt aber auch als arbeitgeber relativ wenig machen außer er hat einige verfehlungen oder irgendwas dann kannst natürlich was machen aber toilette ist wahrscheinlich ganz schwierig da irgendwas zu argumentieren man wird es natürlich aus dem ruder läuft zwei stunden ist dann schon ziemlich viel aber es ist wahrscheinlich schwierig und ich meine in vielen bereichen ist es ja zu recht auch nicht so einfach als arbeitgeber da irgendwas zu machen ja und diese überwachung jetzt mal ganz ehrlich ich habe auch mitgekriegt dass da so software gibt oder auch unternehmen das anstreben dass mal guckt wenn leute die die maus nicht mehr bewegen oder nichts anklicken ja wie bescheuert ist das denn nur weil ich die maus nicht bewegt heißt ja nicht dass ich nichts arbeite also wenn ich zum beispiel irgendwas lese oder mir irgendwo wenn ich noch analog unterwegs bin auf einem blog notizen mache dann bewege ich die maus nicht dann klicke ich auch nichts an also völliger blödsinn ja ich habe ich glaube ich da habe ich dir glaube ich jetzt sogar irgendwann mal einen post geschickt den ich auf facebook gesehen habe in einer it gruppe wo jemand ernsthaft seine spy software für mitarbeiterüberwachung verkaufen wollte wo man denkt so alter ich meine das sind alles leute die also fast alles die irgendwie it background haben die vielleicht sogar eine ausbildung haben die ganz genau wissen dass das erstens nicht legal ist und zweitens einfach nein der wollte jetzt ein ernstes verkaufen ich dachte mir so was für ein schiff bist du unterwegs also ja wahnsinn also auch dieses thema das wird ja auch manchmal im it sec bereich verlangt diese administrationskontrolle ist ein ganz ganz schwieriges instrument das zu implementieren das hat da natürlich einen security hintergrund dass man sagt okay man möchte protokolliert haben welche eingaben gemacht werden wenn zum beispiel korrupte mitarbeiter irgendwas vornehmen oder administratoren aber letztendlich ist kannst du darüber ja auch den administrator ja hinsichtlich der personalgeschichten überwachen und das ist halt auch sehr schwierig und es gibt nur ganz ganz wenige unternehmen die sowas durchgehen lassen also hauptsächlich im ausland ist sowas gar kein problem so scheint es aber hier in deutschland ist es sehr schwierig so eine administrationskontrolle ja ich nenne mal einen hersteller wie zum beispiel balabit das ist glaube ich israelisches unternehmen ibm curator die stellen ja curator ist ein sie im system das ist aber das kann auch weitaus geht einher ja das geht einher so ein bisschen balabit ist eher so du hast eine appliance irgendwo im netzwerk und die knackt den ganzen ssh und rdp traffic und dann wird das alles aufgezeichnet in videoform in textform dann kannst du gewisse trigger registrieren zum beispiel bei den switchen wenn jemand was weiß ich delete wlan oder was weiß ich shutdown port oder irgendwas eingibt dass dann alert rausgeht und solche geschichten kannst den curator auch aber das geht eher auf log basis und das andere hängt sich halt in die in die verbindungen rein und und entschlüsselt die und und protokolliert das alles mit und das ist halt auch sehr schwierig so eine administrationskontrolle also da muss man auch wirklich dann wenn ihr in eurem unternehmen sowas einführen wollt das muss natürlich in absprache mit dem betriebsrat das ist sowieso immer eine gute idee wenn man solche sachen einführt dass man auf jeden fall den betriebsrat mit einbindet und das sollte auf jeden fall oder was heißt es muss mit dem mitarbeiter abgesprochen sein die müssen informiert sein und am besten halt eine vereinbarung wo man sagt okay da darf nur darauf zugegriffen werden wenn es auch wirklich einen sicherheitsvorfall gibt oder eine ja eine polizeiliche maßnahme oder irgendwas also das ist sehr schwierig und da muss man auch wirklich überlegen braucht man das wirklich weil es ist auch jede menge datenmüll der da anfällt aber gut ist eine andere geschichte jetzt haben wir auch mal über admin kontrolle gesprochen gehen wir mal weiter dann haben wir noch einen kommentar wenn homeschooling auch als home office zählt bin ich dabei eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht wenn nicht manche lehrer gegen die technik sich stellen würden und zum beispiel nicht gefilmt werden wollen ja das ist auch so ein thema habe ich auch schon von mehreren leuten gehört dass manche lehrer da wohl auf ihr persönlichkeitsrecht pochen und sagen hey ich möchte nicht gefilmt werden und dann irgendwie übers internet abrufbar sein das macht die sache halt auch nicht wirklich einfacher weil ich sage mal so in der theorie wirklich in der theorie wäre das so einfach lehrer laptop webcam kamera und halt dann einfach das signal über irgende software lösung wobei es da jetzt auch schon habe ich jetzt gelesen irgendwie dass wohl in bayern ist es glaube ich sogar der rahmenvertrag mit microsoft ausläuft für die office 365 cloud und wie es aussieht haben die noch keinen nachfolger gefunden das heißt das ding läuft jetzt einfach so aus und zig schulen haben auf einmal kein office 365 mehr oder die daten werden danach gelöscht dann und wie auch immer und also alles völlig wirr und funktioniert noch nicht so wirklich richtig aber in der theorie wie gesagt wäre wäre das so einfach zu sagen okay wir machen hier eine übertragung aber da ist scheinbar deutschland insgesamt einfach noch nicht so weit dieses thema mit schüler zu hause und so das ist noch mal eine andere schiene aber so weit sind wir ja noch gar nicht so weit kommt es ja bei den meisten schulen ja gar nicht erst weil die lehrer sich dagegen sträuben wie in dem fall jetzt oder weil die technischen voraussetzungen gar nicht für die schule da sind und also letztendlich dieser faktor mit den schülern zu hause ist wahrscheinlich erst mal an an dritter vierter fünfter stelle und da ließe sich sicherlich auch das eine oder andere noch einrichten aber gut das ist halt eine geschichte da muss man halt auch flexibel sein und flexibel und unser bildungssystem das weiß ich so ganz zusammen irgendwie also was schade ist weil es könnte so viel mehr eigentlich daraus gemacht werden ja also ich ich krieg's halt auch mit jetzt so von von lehrern die sag ich mal ein bisschen engagiert sind und sachen versuchen wollen die werden dann entweder vom rektorat aus gebremst oder halt dann auch von anderen kollegen die dann sagen ja wie kannst du nur und das haben wir doch noch nie so gemacht und ja aber letztendlich wenn man das alles ein bisschen kreativ angeht zum beispiel auch das thema was ich ja gerade erwähnt habe dass halt zum beispiel schüler zu hause vielleicht weil die wohnliche situation so ist nicht die ruhe haben ja für solche schüler könnte man ja trotzdem die schule aufsperren aber dann sitzen die halt mit einem laptop in irgendeinem raum und können dann da ungestört ihre team session oder was weiß ich go to webinar citrix beliebigen client einsetzen können die dann da durchführen in aller ruhe aber da muss man halt flexibel genug sein als schule muss da was organisieren muss sich gedanken machen muss vielleicht auch mal rumfragen wer wer kann nicht wer will nicht wie auch immer wer braucht vielleicht noch ein endgerät kann man da vielleicht aus einem computerraum irgendwas abziehen oder so oder eine andere kreative lösung finden aber letztendlich schwierig und es ist aber auch muss ich auch ganz ehrlich mal sagen letztendlich wenn du sowas auf den letzten drücke jetzt machen muss ist es auch schwierig das verstehe ich auch irgendwie jetzt ist man halt gezwungen dazu hätte man das thema vor einem jahr oder zwei jahren schon wenn man da schon angegangen oder noch früher und dieses thema homeschooling wäre zum beispiel problemlos möglich dann wäre es natürlich eine andere sache aber gut müssen wir mal gucken ja ja dann sind wir mit den mit den erfahrungen im home office durch jetzt haben wir noch ein paar fragen bekommen ich versuche die mit euch mal so kurz wie möglich durchzugehen weil uns sonst die zeit so ein bisschen davon rennt dann hat jemand geschrieben ja gut ist keine frage aber er wird ab sofort unseren podcast aktiv hören ja herzlich willkommen bei uns bist du auf jeden fall richtig ja vielleicht doch für die leute die uns auf youtube hören wir sind auf spotify wir sind auf itunes dieser diese ganzen sound plattformen da sind wir überall vertreten also ihr findet uns auf jeden fall radio.de haben wir glaube ich jetzt auch mittlerweile sind wir auch gelistet die haben uns angeschrieben habe ich bestätigt ja sie können uns auf jeden fall spotify habe ich vergessen spotify könnt uns auch empfangen und könnt uns da abonnieren und zuhören so deswegen das ist dann auch für euch flexibler ihr könnt natürlich dann auch mobil hören und so weiter und das ist manchmal ganz praktisch ihr könnt in etappen hören wie auch immer ähm gut ich komme mir gerade so vor wie peter ludolf weißt du man kann nudeln kalt warm man kann nudeln so und so essen kann man uns aber man kann uns auch auf verschiedene arten hören gut was haltet ihr von der ankündigung von spotify demnächst auch für podcast extra geld zu nehmen wird dies das ende von podcast auf spotify was sagt ihr glaubt ihr das ist das ende von dem podcast auf spotify also ganz ehrlich ja hier ist jetzt nicht ganz so toll es kommt darauf an ob das jetzt so pauschal ist so quasi ob das jetzt quasi für unseren podcast automatisch ja du musst jetzt fünf euro für die folge zahlen ich meine ja ich glaube eher dass es dann so ist vielleicht dass du mit deinem streaming so wie bei der telekom so ein stream on dir kaufen kannst und add on und dann hast du halt podcaste auch mit drin ich finde es ein bisschen affig weil letztendlich kann man unseren podcast ja auch frei empfangen und das widerspricht ja auch so ein bisschen dem podcast podcast prinzip weil wenn man sich mal zurückerinnert wie eigentlich podcast funktioniert du hast einen server der einen rss feed ausliefert und du hast einen client der diesen rss feed abruft ob das jetzt ein itunes ist oder irgendwas und dann sich die folgen automatisch zieht das ist ja mal der ursprüngliche gedanke von einem podcast gewesen das ist noch aus der zeit da war internet noch ein eine teure ressource gut ist es im moment auch noch im mobilfunk bereich aber damals war im festnetz bereich auch internet noch eine teure ressource das heißt du hast damals dir den podcast nicht online angehört sondern du hast dir den podcast runtergeladen auf dein ipod daher kommt ja auch der name und hast dann diese sendung auf deinem ipod dir angehört oder auf dem mp3 player und das ist halt noch mal eine andere nummer sag ich mal das ist nicht zu vergleichen mit ja wie jetzt podcasts eigentlich so wahrgenommen werden auf den streaming plattformen und ich weiß zum beispiel dass viele eingefleischte podcasts also die schon wir sind ja erst seit erst in anführungsstrichen seit 2018 hier online mit dem podcast aber es gibt ja auch podcasts die sind seit über zehn jahren am start die waren von anfang an mit dabei ich glaube 2007 oder 2008 oder noch früher ging das so los mit den podcasts und die kritisieren ja schon seit längerem das auch auf spotify und auf den anderen plattformen auf so streaming plattformen dass da einfach podcasts abgespielt werden weil man muss auch dazu sagen wenn ich jetzt werbung über eine automatisiertes tool in den podcast einbaue da gibt es so tools dann wird die auf spotify nicht ausgespielt das heißt die einnahmen gehen dann dadurch weg das nur mal so als hintergrund wenn ich natürlich jetzt hier sage was weiß ich der podcast präsentiert von was weiß ich dann kriegt das natürlich mit weil das ist in dem mp3 file mit drin aber wenn das jetzt ein dienst ist der praktisch vor dem web player wie bei youtube eine werbung einspielt oder mittendrin eine werbung einspielt wenn man es online hört dann wird es hier nicht mit ausgeliefert das ist ein grund dann an den werbeeinnahmen von spotify wenn jemand kein premium hat werden wir als podcaster auch nicht beteiligt das ist einfach ist einfach so letztendlich sei mal hast du halt dann dadurch keine einnahmen und deswegen ist es bei so größeren podcastern und älteren podcasts ist eigentlich spotify eher unbeliebt weil die kriegen dafür nix und letztendlich nehmen sie den der stream wird nicht von deinem server abgerufen ist auch so ein thema deine statistiken stimmen nicht wenn jemand anders den podcast bei spotify vorgeschlagen hat dann siehst du die statistiken bei dir erstmal nicht beziehungsweise wenn du den dann geklemmt hast also wenn du gesagt dass hey das ist mein podcast hast dich verifiziert dass der dir auch wirklich gehört dann siehst du statistiken aber wenn natürlich deine haupt zielgruppe nicht auf spotify ist dann kriegst du nicht mit wie viel abrufe das bekommt weil du müsstest jedes mal in das analytics reingucken und so weiter also das ist alles so ein bisschen deswegen also bei den ultra krassen podcaster von früher ist spotify sowieso verhasst also die sind eigentlich nicht böse ich sehe es ein bisschen anders weil die aufrufzahlen bei spotify sind sehr hoch im vergleich zu youtube oder im vergleich zu den anderen plattformen also bei uns ist spotify auf platz eins die meisten leute hören uns tatsächlich über spotify das ist so und deswegen wahrscheinlich auch die frage weil das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt ja finde ich schwierig also ich bin gespannt wie das ist ich kann nur euch dann empfehlen wenn das so sein sollte und ihr wollt das geld nicht bezahlen also wir werden das geld definitiv nicht bekommen wenn wenn die dafür geld verlangen vielleicht wollen die dann sogar noch geld von uns dann muss man halt wirklich überlegen ob wir das überhaupt machen wollen aber dann kann ich euch nur empfehlen dass sie das wechselt die plattform und vielleicht einfach auf eine plattform geht wo er direkt den rss feed von unserem server downloaden könnt wenn ihr zum beispiel die app castbox fm benutzt das ist so eine podcast app die ist manchmal ein bisschen buggy muss ich ehrlich sagen die hat auch werbung drin aber es geht sie hat auch coole funktionen zum beispiel dass es sich merkt wo du stehen geblieben bist beim hören du kannst die über mehrere geräte hinweg scheren du kannst das ding im browser benutzen du bist nicht abhängig vom handy kannst glaube ich auch sogar auf deinem amazon echo gerät den podcast hören die würde ich dann eher empfehlen und dann einfach von spotify weggehen oder wenn man sowieso bei apple ist dann kann man unseren podcast auch über itunes abonnieren ja aber ich glaube dass ich da spotify keinen gefallen mit tut wenn die das ganze kostenpflichtig machen also ich denke es auch gibt mir genauso ich habe jetzt gerade noch mal nachlesen und in dieser umfrage die spotify da gestartet hat ging es halt glauben ging es halt darum dass sie gesagt haben naja wenn ihr dann eben dieses premium podcast habt dann wird halt keine werbung mehr davor abgespielt so in dem sinne was ja okay wäre ähnlich also bei castbox also bei castbox kannst du ja auch quasi ein premium holen und dann hast du keine werbung also das machen ziemlich viele apps also das finde ich letztendlich okay solange das hat ja auch keine auswirkung auf unseren content genau ja ja dann ist es mir eigentlich eher egal also letztendlich ich meine es ist zwar schade dass die dann geld mit unseren inhalten verdienen aber es bringt ja nichts wenn ihr das nicht empfangen könnt das ist ja auch so der der struggle mit dem podcast wo ich dann auch überlegt habe wo wollen wir den veröffentlichen aber letztendlich bringt es ja nichts wenn das für euch nicht komfortabel ist weil wenn ihr das nicht hören könnt auf allen möglichen geräten dann hört es euch nicht an so einfach ist es oder nur die wenigsten weil es muss halt für den zuhörer auch bequem sein und da ist halt spotify ein weg sag ich mal der halt wirklich elegant ist spotify ist überall integriert smart speaker was weiß ich auto überall kannst du das ding einbinden und dann ist man halt überall verfügbar und hat keine probleme irgendwie dass man sagt man muss jetzt diese app verwenden und ja deswegen war eigentlich spotify immer für uns so ein ding was nicht unwichtig war und ich war auch froh dass es dann alles so reibungslos funktioniert hat die integration gut ja frage denke ich beantwortet dann kommt eine nachricht die geht runter wie öl falls wieder mal ein bisschen lob ist klasse podcast nach wie vor unbedingt weiter so meine frau und ich hören immer sehr gerne zu bitte verkürzt die länge nicht wir hören in etappen und das sehr gerne jeden abend 30 minuten und das passt ja das ist ja das was ich auch immer wieder hier propagiere dass ich sage hey hört es halt mehreren etappen und keine ahnung wenn ihr irgendwo zwischendrin mal zeit habt oder bei irgendwelchen stupiden arbeiten hausarbeit was auch immer dafür sind ja podcast eigentlich gedacht das ist ja eigentlich so angelegt gewesen ich meine wir müssen jetzt nicht total übertreiben es gibt auch anbieter die ballern da so eine vier fünf stunden podcast episode raus das ist auch mir manchmal dann zu viel aber letztendlich ich glaube dass wir trotzdem einigermaßen doch einen relativ guten mix hinbekommen haben zwischen länge und ja veröffentlichungszeiten gut weiter dann hat er geschrieben oder haben sie geschrieben wird ja niemand gezwungen das am stück durchzuhören und jedes thema nur anreißen ist auch nichts also was der vorschlag von dem thilo hieß er glaube ich war was ja damit wahrscheinlich der kompromiss wäre danke fürs lesen gruß katja und jan schöne grüße zurück kann ich da nur sagen vielen dank dass ihr euch gemeldet habt und auch weiterhin viel spaß beim zuhören ja dann geht es weiter da man euch ja auch über spotify hören kann bekommt ihr wahrscheinlich auch informationen darüber was eure hörer so alles hören sprich welche anderen podcast welche musik welche hörbücher hörspiele es wäre doch sicherlich interessant zu hören wie eure hörerschaft zu tickt ich weiß nicht haben wir da schon mal was gebracht ich bin mir gar nicht mehr sicher war ich glaube nicht aber es wäre tatsächlich oder habe ich das habe ich das als interner mal gemacht ja also ich will wir machen da was also ich würde sagen ich nehme das thema mit und ich bereite da was vor und vielleicht vielleicht wäre das sogar was für ein jahresrückblick dass wir das im jahresrückblick einfach uns angucken und sagen hey das waren so unsere hörer also so tief ins detail geht es leider nicht also man kann in den analytics von spotify kann man sich ein paar sachen angucken also du kannst zum beispiel auch sehen welche künstler und ich meine da habe ich auch gesehen dass vieles trotzdem so ja in der ja in dem rahmen ist sag ich mal in dem wir uns hier in der crew auch bewegen musikalisch also das passt so eigentlich ganz gut zur zur crew und man merkt halt auch durch die äh interpreten dass es ungefähr also dass viele spotify hörer ungefähr sich auch in unserem jahrgang befinden also so ein indikator dafür ist zum beispiel halt äh dass solche bands wie linken park und sowas halt da sehr eine große rolle spielen die sind ja in sag ich mal in unserer jugend ziemlich nach oben geschossen und so ähm und das merkst du halt das passt halt sehr ganz gut oder auch was weiß ich blink 182 und solche sachen ähm green day das ist halt eher so unsere in anführungsstrichen generation und das kann man da ganz gut rauslesen hörbücher habe ich nichts gesehen aber wie gesagt ich bereite da mal was vor vielleicht hat sich das auch geändert ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt aber es ist eine coole idee und äh genau Georg hat es auch schon notiert sehr gut äh dann geht es auch nicht verloren und dann reichen wir das einfach nach ähm ja was sagt ihr zum beitrag von böhmermann zu Knossi und Stoschek Stoschek wird wahrscheinlich euch nichts sagen äh weil er schreibt dann auch mich würde bei Stoschek vor allem die Meinung von Steffen interessieren ich habe keine Ahnung ich habe nur ganz kurz gegoogelt aber es hat nicht gereicht zum Lesen habt ihr habt ihr den Beitrag gesehen vom Böhmermann der ist ja wieder zurück aus der ähm ja was war das Sommerpause keine Ahnung der ist ja jetzt ins Hauptprogramm gewandert ach so ich dachte er wäre auf Telegram abgewandert ja der macht ja nicht den Wendler das ist ja dann eher was für den Wendler ähm ne äh zur Erklärung also Knossi kennt ihr ja sicherlich diesen durchgeknallten ähm Typen da auf Twitch der der da so Glücksspiel präsentiert ähm was ja jetzt auch schon provokant war ähm die Aussage ähm ja was soll man zu Knossi sagen also mein Fall ist es nicht definitiv nicht aber ich glaube halt schon dass er Leute unterhalten kann das Thema Glücksspiel kann sich auch so ist schwierig aber letztendlich ähm sag ich mal ganz ehrlich das ist ja so wie mit mit dem Rauchen und Saufen und so weiter ihr glaubt doch nicht wirklich dass wenn auf Twitch sowas verboten ist oder wenn das nicht mehr durchgeführt wird dass deswegen Leute weniger äh Glück spielen ähm glaube ich eher weniger also ich bin da ja eher der Typ dass er sagt nicht alles gleich verbieten sondern eher Prävention und so und den Leuten das klar machen und äh wenn jemand Bock hat was weiß ich alle halbe Jahr mal für was weiß ich ein Hunni irgendwo in das Spielo zu gehen soll er das in meinem Namen machen meine Welt ist es nicht aber wenn derjenige noch die Kontrolle über sein Leben hat und so dann ist doch alles gut und wenn er dann einen schönen Abend hat äh ganz ehrlich von mir aus und da hängen auch wieder Arbeitsplätze dran an den Spielos also ähm sollen sie ruhig machen schwierig wird es halt dann wenn wenn jemand wie Knossi und da sehe ich auch den den so ein bisschen die Kritik der hat ja sehr viele junge Fans äh wenn dann halt junge Fans irgendwie dazu verleitet werden mit dem Glücksspielen anzufangen das ist dann halt schwierig wenn das so normal wird wie was weiß ich ich esse halt zweimal die Woche Pizza jetzt mal übertrieben gesagt dass ich zweimal die Woche für hunderte von Euros in die Spielo gehe äh und dann aufs Leben nicht mehr klarkommen also hm schwierig weiß nicht wie seht ihr das Thema ja also ich finde es auch problematisch wenn man da so eine junge Zielgruppe dann da hinführt weil äh ich möchte jetzt nicht böse sein aber ich glaube manchmal wenn man so ein Idol hat dahinter prägt man auch teilweise sowas nicht und ich glaube da rutscht man halt sehr leicht rein und ich bin auch der Meinung dass man da aber auch eher eine mehr Prävention rein äh also aufbauen muss hm ja also ja ich finde es auch schwierig vor allem ähm ich glaube ich weiß nicht ich kenne Knossi vom Hören noch nie irgendwas gesehen von ihm bin ich ganz ehrlich man muss halt sagen ja wahrscheinlich nichts verpasst ähm ne was auch gar nicht böse gemeint ist aber ist auch gar kein gar nicht mein Interesse ähm ich glaube was halt da auch gefährlich ist ich weiß nicht was der jetzt genau für für Wetten oder für komische Sachen da macht ich glaube dass für viele halt gerade diese Sport- und Fußballwetten ist so diese ich sag mal eine Einstiegsdroge kommt mir jedenfalls so vor das ist so das was auch die ganze Zeit präsent ist jetzt bekommt man ja im Fernsehen leider auch wieder Werbung nachdem dieses Gericht in Schleswig-Holstein diesen Beschluss gekippt hat dass man die ganze Zeit diese scheiß Werbung ja genau einfach Casino hier vom lieben H.P. Baxter aber aber nur in in Schleswig-Holstein ja genau aber das ist halt wieder wo man denkt keine Ahnung aber das sind halt glaube ich so diese Sachen und ich glaube so Fußball- oder Sportwetten sind so sag ich mal da diese Einstiegsdroge ähm und weiß ich nicht ich finde es auch eher schwierig weil es sind halt potenziell eher Jüngere äh in der Zielgruppe ja was halt bei Knossi auch schwierig ist also ich meine ich hab das muss ich halt auch sagen ich hab halt jetzt keinen Stream von ihm mal von vorne bis hinten geguckt deswegen alles mit Vorsicht zu genießen es werden halt immer Ausschnitte gezeigt wo er halt dann sehr lautstark rumbrüllt und hier ich hab so und so viel tausend gewonnen jetzt und und das ist halt was was bei Leuten die halt nicht wissen wie dieses System funktioniert motivierend wirken könnte und das ist halt genau das Problem wenn Leute nicht darüber aufgeklärt sind äh dass dieses System gar nicht drauf ausgelegt ist dass die dass der Spieler gewinnt ähm dann siehst du das vielleicht wirklich so dass du denkst du könntest da was gewinnen und ähm man möchte oder man ich unterstelle Knossi jetzt nichts ähm allein schon aus rechtlichen Gründen der kann sich sicherlich gute Anwälte leisten aber letztendlich ist es ja auch interessant dass zum Beispiel Casinos das war ja zum Beispiel damals im Fall von Montana Black so dass ein Casino ihm Spielgeld zur Verfügung stellt oder er hat einen Einsatz gegeben in Form von echten Geld der wurde ihm aber dann innerhalb des Spiels verdoppelt und das ist halt auch so eine schwierige Geschichte und dann ist natürlich wenn er was verliert verliert er natürlich nur die Hälfte zum anderen ist so einem YouTuber das auch scheißegal wenn er mal 100 Euro verliert wenn er dafür dann aber durch den Stream wiederum 2.000-3.000 Euro einnimmt und das reicht ja teilweise gar nicht also da muss man einfach mal die Relation sehen es ist schwieriges Thema aber ich glaube halt dass es durch ein Verbot von solchen Sachen wird es halt schwierig und letztendlich dann gucken sich die Kids das halt irgendwo im Ausland an und ob das so viel besser ist ich weiß es nicht so ist es wenigstens noch im Radarfeld von Medienbeobachtern und so weiter und so fort und es berichten Journalisten kritisch drüber während wenn das dann irgendwo im Ausland verschwindet und was weiß ich bei bei illegales Glücksspiel .to landet dann wird es halt schwierig und deswegen ist es vielleicht sogar okay wenn das dann auf Twitch stattfindet aber letztendlich ja man kann es kritisch sehen aber ich glaube es ist eher wichtiger dass man die Kids drüber aufklärt und dass man halt auch den Leuten klar macht wie Glücksspiel wirklich funktioniert und ja das ist so glaube ich meine Meinung dazu ja Michael Stoschek ja das ist jetzt schwierig für die Leute die hier nicht aus der Region kommen das ist ein Coburger Unternehmer Familienunternehmen Automobilzulieferer Brose könnte dem einen oder anderen ein Begriff sein Brose Basket zum Beispiel und ja da gibt es einige Kritikfelder also die Hauptkritik von Jan Böhmermann war ja dass er damals also da da ging es um eine Straße also das praktisch von seinem Vater dass es eine Straße mit dem Namen seines Vaters geben soll Max-Brose-Straße der hat damals wohl mit den Nazis so ein bisschen zusammengearbeitet das ist so die Kritik an der ganzen Geschichte ist natürlich muss man sich jetzt fragen warum kramt Böhmermann jetzt genau im Moment dieses Thema raus ich weiß es nicht keine Ahnung weil letztendlich die Leute die hier vor Ort wohnen die haben diesen Skandal vor Jahren schon ich weiß nicht wie lange das schon ging letztendlich long story short die Straße gibt es mittlerweile und ich möchte nicht wissen wie viel Siemens Straßen es in Deutschland gibt und so weiter ich glaube in München gibt es auch eine und Siemens hat ja damals auch mit den Nazis zusammengearbeitet und so weiter also es ist schwierig also letztendlich weiß ich nicht also ich bin da immer sehr vorsichtig dann gleich zu sagen nee sowas darf es nicht geben aus den und den Gründen weil letztendlich sag ich mal in erster Linie wird ja jetzt mit der Max Brose Straße jetzt nicht unbedingt das verbunden sondern eher die Firma Brose die dann auch in der Straße ihren Firmensitz hat und so weiter also ist es immer schwierig ich kann das nicht so ganz nachvollziehen versteht mich nicht falsch ich bin jetzt nicht so dass ich sage jo das ist damals alles super gewesen Gottes Willen das verurteile ich auch auf schärfste aber dieses Thema ich darf eine Straße nicht so nennen vor allem ich meine bei einem Adolf Hitler Weg da braucht man nicht drüber diskutieren ist klar also da braucht man überhaupt nicht diskutieren aber damals war es ja so dass sehr sehr viele Unternehmer sich politisch so in diese Richtung bewegt haben was das jetzt nicht wirklich besser macht aber sie haben es halt gemacht weil sie einfach mit ihrem Unternehmen überleben wollten ja es ist schwierig also da jetzt die Moralkeule zu schwingen und jetzt nach so vielen Jahren und so weiter ich weiß nicht also ich finde das ist halt keine Ahnung vielleicht bin ich da auch einfach zu pragmatisch und sehe das als Zeitverschwendung sich da über solche Sachen zu diskutieren und ich glaube halt dass man sich da eher wirklich mit den Fakten von damals eher beschäftigen sollte und solche Sachen mehr aufarbeiten die wirklich direkt betroffen waren und weniger mit solchen Nebensachen weil ich finde das ist halt jetzt nicht wirklich relevant persönliche Meinung kann man anderer Meinung sein akzeptiere ich auch aber ich habe das damals mit dieser Straße fand ich ein bisschen übertrieben den Skandal aber kann jeder sehen wie er möchte und dann war die Kritik ja auch noch seine Tochter die ist ja scheinbar mit einem Springer mit irgendeinen von den von den Springer Leuten zusammen oder verheiratet Axel Springer Verlag und da wurde halt auch kritisiert dass über den Herrn Soschek nichts bei der Bild zu lesen ist ja meine Güte um relevant zu sein in der Bild stehen muss ich weiß es nicht verstehe ich jetzt nicht so ganze Kritik dann war halt noch so ein Thema dieser Künstlerin da ging es um eine Galerie in Berlin wo sie sich gegen die Mieterhöhung irgendwie ausgesprochen hat die dann irgendwie doch wieder fallen gelassen wurde und so also diese ganze Kritik an Stoschek der wird ja auch hier gerne durch den Kakao gezogen letztendlich muss man aber auch sagen muss man halt neidlos anerkennen und im Moment sehe ich mit Brose keine Verbindungen mit irgendwelchen Rechtsradikalen oder Nazis oder irgendwas und ja und der Stoschek der ist halt so ein bisschen das ist so wir nennen ihn liebevoll den Elon Musk aus Coburg der hat halt manchmal so Anwandlung ist autonah also der hat auch eine eigene Halle mit Oldtimern und Autos und Rennwägen und was weiß ich hat ein Amphibienfahrzeug mit dem er gerne mal durch irgendwelche Flüsse fährt hier aber es ist halt letztendlich er kann sich's leisten er hat jetzt sehr viele Arbeitsplätze schafft er in der Region und ja ich weiß nicht also ich vielleicht ist es aber auch einfach mein mein elitäres Gehabe das da wieder ein bisschen zum Vorschein kommt ich weiß es nicht aber ich kann die Kritik halt nicht immer nachvollziehen der ist sicherlich nicht einfach keine Frage aber ich weiß nicht ob man immer unbedingt auf den einschlagen muss weil letztendlich er spendet sehr viel er unterstützt sehr viele Vereine und ja was aber auch wiederum nicht heißt dass er sich alles erlauben darf das muss man natürlich auch dazu sagen gut also euch war er wahrscheinlich kein Begriff gehört aber gar keine Verbindung dazu gehabt ja ja das ist halt hier so ein regionales ding Michael Stoschek und Brose kann man mal gehört haben die stehen glaube ich auch Motoren für E-Bikes her mittlerweile ja 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 und ja ist halt ein riesen Arbeitgeber hier also das ist nicht zu unterschätzen gut dann apropos Arbeit kam die nächste Frage kann man ein Praktikum bei euch machen danke für den tollen Pop äh Podcast 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 Falsche Uhrzeit Steffen arbeitet nebenberuflich an der Telefonhotline nein als Popcaster genau das ist das wäre doch mal ein Berufsbild der Popcaster ähm ne ich bin heute schon ein bisschen durch ich habe heute schon einige Teams-Meetings hinter mir ne Telebier ist heute noch kein Thema aber ich habe heute einige Teams-Meetings schon durch ich habe auch trockenen Mund kein Corona aber letztendlich äh heute schon etwas äh fertig mit der Welt ne danke für einen tollen Podcast äh bleibt alle gesund ja danke schöne Grüße zurück bleib natürlich du auch gesund äh Praktikumstelle schwierig also ähm letztendlich ähm eher weniger ähm wir haben natürlich deswegen vielleicht auch die Frage vielleicht hat er es mitbekommen wir hatten auch bei der Itza-Geschichte Praktikanten dabei ähm das waren aber alles Leute zu denen wir auch direkte persönlichen Bezug hatten ähm und äh da tue ich mir immer so ein bisschen schwer Thema auch Vertrauen ähm jemanden mitzunehmen den ich halt nicht persönlich kenne und ähm ja schwierig also Praktikant sag ich erstmal auf längere Sicht erstmal nein jetzt mit Corona sowieso schwierig und äh dann muss es halt passen dann müssen irgendwelche äh Projekte anstehen und so weil ja sonst macht es keinen Sinn da einen Praktikanten mit dabei zu haben einen Teleprakti Teleprakti ja genau der kann dann irgendwelche Bits sortieren bei uns auf den Testplatten ähm ja schwierig also wie gesagt wenn wir sowas mal machen sollten ähm dann vielleicht auch eher mit Bezahlung und dann wird das vielleicht auch angekündigt also falls wir wirklich mal solche Praktikantensachen haben dann ist es aber auch eher so dass wir uns gleich vorstellen können was der dann macht und es macht auch keinen Sinn wenn du einen Praktikanten hast der den ganzen Tag einfach zuguckt und jetzt bei Corona vielleicht am besten noch dann remote zuguckt äh ist auch Quatsch also bringt nichts ähm dann danke für den unterhaltsamen Podcast lenkt mich immer gut ab und bringt positive Vibes in meinen in mein Leben das ist doch cool sehr schön da freut man sich doch äh ihr solltet mal ein bisschen mehr Social Media Werbung machen Kritik äh ja ist angekommen also wir hatten ja diese vielbesagte Redaktionssitzung vor ein paar Monaten glaube ich schon fast ähm und da haben wir uns auch überlegt dass wir mit äh Instagram ein bisschen was machen wollen ich habe jetzt auch so ein paar Vorlagen schon gebastelt bin aber noch nicht final durch ähm aber stimmt da das müssen wir uns auf jeden Fall ähm mal so mitnehmen das ist halt ein riesen Aufwand muss man ehrlich sagen also das sollte man nicht unterschätzen das wäre was für den Praktikanten das sollte man nicht unterschätzen also das ist äh ich meine solche solche großen Influencer die äh da gibt es viel Automatisierung aber nicht alles ist einfach mal so schnell gemacht also ich kenne ja einen der relativ groß ist und es ist sehr viel Arbeit auf jeden Fall das zu pflegen definitiv klar also vor allem wenn du es halt selber machen musst oder so dann ist es halt auch nochmal eine andere Nummer aber um mal jemanden aus dem fränkischen zu zitieren ihr unterschätzt das immer ja ähm nee aber es ist halt wirklich so da muss man gucken wie man das macht aber wir haben es auf dem Schirm äh vielleicht wäre das auch was dass irgendeiner Zeit die man halt die man halt oft leider nicht so hat äh mir fehlt zeit haben höre auch gerne beim Autofahren oder beim Einkaufen war eine Anmerkung coole Idee Einkaufen ähm ja Autofahren ist glaube ich nicht so untypisch bei unseren Zuhörern da habe ich von einigen das Feedback bekommen und ja dann die letzte Frage dann gehen wir an die Themen ran nein nicht die letzte Frage wir haben noch eine übersprungen haben wir eine übersprungen was habe ich denn übersprungen Georg ja die Frage war würdet ihr euch impfen lassen ach ja ja die habe ich scheinbar übersehen und Georg würdest du dich impfen lassen ja klar ja also ich äh auch aber wahrscheinlich nicht als erstes jetzt hat sich eh rausgestellt du kannst sowieso als sag ich mal normaler Bürotyp jetzt nicht als erstes geimpft werden auch gut das wird erst nach Wichtigkeit unterschieden was ja auch richtig ist aus meiner Sicht aber ich denke auch ja also mich muss glaube ich dazu keiner zwingen und ähm letztendlich wenn ich dadurch wieder mehr Freiheiten habe und ich ganz ehrlich nachdem jetzt schon die ersten Fluggesellschaften angekündigt haben dass sie sagen hey wir lassen nur noch Passagiere zu die auch geimpft sind ich gehe davon aus dass es bei den ersten Konzerten auch nicht anders sein wird ich möchte wieder auf Konzerte gehen und ich möchte auch wieder auf Messen gehen und äh deswegen eigentlich gibt es da gar keine andere Möglichkeit David äh ja geht mir genauso wie dir also als erstes aber jetzt vom Anfang ich bin da ein bisschen zurückhaltend erstmal erstmal schauen äh also versucht mich da ehrlicherweise nicht sein ähm aber klar wenn es äh wenn es am Ende wäre wahrscheinlich nicht drum rum kommen denke ich mal das würde ja nicht vom Himmel fallen und sagen hau alles weg also von daher ja richtig von nix kommt nix also irgendwie muss man ja schaffen dass die Infektionsketten wirklich effektiv unterbrochen werden und wir können ja nicht bis im Jahr 2030 dann äh ständig irgendwelche Lockdowns machen und was weiß ich das ist ja unmöglich also das muss ja irgendwann wieder normal weitergehen und das geht halt äh nur durch Impfung und ja Immunität von den Leuten gegenüber äh dem Coronavirus so habe ich noch eine Frage vergessen ja die letzte ne also ansonsten haben wir glaube ich keine Übersprung ähm ja wie schätzt ihr die finanzielle Lage von YouTubern ein also wahrscheinlich jetzt auch in Bezug auf die Corona Krise äh Felix von der Laden hat ja wie ihr vielleicht mitbekommen habt ein paar Videos darüber gemacht äh ja das ist jetzt peinlich weil ihr wisst ja dass ich dass ich den verfolge und so weiter und ähm aber ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen also ich kenne jetzt den Inhalt der Videos nicht ähm ja also ich kann mir schon vorstellen dass es für YouTuber jetzt im Moment auch schwierig ist ähm wobei man muss ja sagen dass der Felix ja einer der wenigen YouTuber ist der sich wirklich sehr breit aufstellt ähm also in Bezug auf Einnahmequellen und so weiter was vielleicht ein bisschen schwierig ist das mit der Künstleragentur weil letztendlich die Künstler bekommen ja auch weniger Aufträge und weniger Werbekooperationen und so weiter er persönlich ja auch er ist ja auch ein Künstler seiner Agentur ähm ja schwierig ähm trotzdem darf man nicht vergessen er hat ja auch noch sein Merchandise das ist ja auch eine ganz gute Einnahmequelle ähm dass der der Spielkindstore der hat ja auch ordentliche Bestellmengen und ähm ja und der Typ ist nicht dumm also unterschätzt den mal nicht der hat der weiß schon was er macht und ich glaube auch ähm dadurch dass der in dem Unternehmertum auch so ein bisschen aufgeht und das auch sein Interesse einfach ist und seine Leidenschaft dass er sich natürlich auch im Gegensatz zu vielen Leuten die jetzt rumjammern die ganze Zeit sich eben darauf vorbereitet hat äh wenn jemand rumjammert weil er gerade erst damit angefangen hat und dann kam Corona okay wirklich scheiße sehe ich ein wenn jemand aber schon jahrelang am Markt ist und äh ja erfolgreich am Markt ist wie er und es nicht schafft Sachen zur Seite zu legen und sich ein finanzielles Polster aufzubauen und so weiter und so fort äh dann Entschuldigung aber das ist dann sehr dumm also ist einfach so ja ansonsten naja die die YouTuber die ich sonst noch so also ich wüsste jetzt einen den ich auch persönlich kenne aber da wüsste ich jetzt nicht dass es irgendwie schlecht da läuft klar die ein oder anderen Sachen und Videos kann man jetzt nur erschwert drehen aber ich denke dass sowieso sich eigentlich auch unter anderem durch die ganzen Lockdowns Leute mehr zu Hause aufhalten ich meine äh Videostreaming und so das ist ja alles deutlich nochmal intensiver geworden ja also ich kann nur von von unserer Seite hier sagen also wir in unserer ganz kleinen Bubble hier wir haben jetzt eine höhere Zahl an Einnahmen durch die äh YouTube Werbung muss ich ganz klar sagen also aktuell ist der CPM relativ gut ähm was vielleicht wirklich daran liegt dass die Leute zu Hause sitzen die Werbung mehr konsumieren zumindest denkt so die Werbeindustrie ähm und ähm vielleicht auch der Fakt vielleicht jetzt dass wir uns kurz vor Weihnachten im Jahresende befinden und da ist der CPM sowieso wieder höher ähm was ich aber mitbekommen habe da ging es ja auch in dem einen Video darum dass eine Kooperation nicht bezahlt wurde äh ne im sechsstelligen Bereich äh da muss man halt auch wirklich sagen das ist was was mir auch auffällt dass immer mehr Firmen äh unzuverlässiger bezahlen aber das ist auch im Privatbereich so ich weiß nicht woran es liegt vielleicht kann ich bestätigen neuerdings da anders denken ja aber irgendwie die Leute zahlen unzuverlässiger du musst den Leuten länger hinterherlaufen so die erste Mahnung die gehört schon so zum guten Ton dazu äh und das sind teilweise ich natürlich kann ich jetzt hier keine Namen droppen aber das sind teilweise halt auch äh renommierte Unternehmen also wo man gar nicht denkt wo die wo die Kohle eigentlich da ist aber irgendwie vielleicht die Prozesse total kompliziert auch jetzt durch die ganze Mehrwertsteueränderung und so weiter ähm auf jeden Fall dauert alles immer sehr lang ist alles sehr träge Sachen werden spät bezahlt ähm ja und sowas mit der Kooperation ist halt sau ärgerlich aber letztendlich ähm ich meine er hat es wahrscheinlich jetzt im Video erwähnt ähm aber letztendlich hat er ja auch die Möglichkeit den Rechtsweg einzuschreiten und wenn es einzugehen und wenn er da Verträge hat dann hat er ja auch gute Chancen da das Geld einzuklagen also ähm ja also ich glaube nicht dass da YouTuber also die größeren YouTuber jetzt da irgendwie Probleme davon tragen es gibt natürlich immer wieder Beispiele also gerade so das Thema Steuern ähm da gab es ja schon den einen oder anderen YouTuber den es dann niedergerafft hat ähm weil er seine Steuern so vernachlässigt hat oder erst viel zu spät gemerkt hat Mensch ich muss ja Steuern bezahlen ähm und hat das Geld aber schon ausgegeben aber äh letztendlich also gerade beim Fonderladen glaube ich das nicht und auch bei anderen YouTubern in der Größenordnung also die meisten die sind da schon relativ gut aufgestellt äh und bauen sich da irgendwas auf gut ähm lange Rede kurzer Sinn das waren eure Fragen und ähm dann haben wir jetzt aber wieder neue Fragen für die Umfrage der Woche nämlich die erste Frage wäre habt ihr beim Black Friday zugeschlagen was habt ihr euch denn so gegönnt ähm das würde uns mal interessieren ich war auch schon fleißig ich hab ein bisschen Werkzeug gekauft und ähm hab dann mir noch eine 4 Terabyte SSD gegönnt die war auch schön bei und eine Drohne hab ich mir gegönnt das hab ich euch ja vorhin geschickt ähm eine kleine Drohne zum zum testen und probieren für 160 Euro ähm schreibt es uns wir gucken uns das an was ihr so euch geshoppt habt und äh ihr könnt vielleicht auch mal schreiben was haltet ihr eigentlich vom Black Friday und äh dann war noch die Frage die hat David reingebracht habt ihr denn schon ein 5G fähiges Endgerät in irgendeiner Form oder habt ihr vor euch irgendwas zu kaufen in diese Richtung äh stimmt mal ab und schreibt uns das Ganze in den Kommentaren ansonsten natürlich immer wieder gerne Lobkritik Anregungen äh oder einfach wenn ihr irgendwas loswerden wollt einfach reinschreiben äh könnt ihr uns zuballern mit Nachrichten ähm die Cloud ist groß genug apropos Cloud ist groß genug hätte ich bald wieder vergessen äh Zuschauerfrage ich habe ja versprochen dass ich mal äh Statistiken mache ähm wie groß denn unsere Kurs of you Cloud ist ganz schnell ganz kurz jetzt also ich habe mal alle Kurs zusammengerechnet wir haben jetzt aktuell eine Kapazität von 280 Gigahertz an äh Compute Power wir haben insgesamt 576 Gigabyte RAM also ein gutes halbes Terabyte RAM im Einsatz und beim Storage sind wir aktuell bei 142 Terabyte äh 142,5 Terabyte insgesamt der Festplattenkapazität in der Cloud ähm ja und das Ganze ist aktuell auf 6 Standorte aufgeteilt äh unter anderem halt auch äh in anderen Ländern aber hauptsächlich natürlich oder was ist hauptsächlich in Europa und ähm aber hauptsächlich in Deutschland und ja dann über den CDN erreichen wir 200 Städte das Ding betreibt man natürlich nicht selbst ist klar äh in 100 Ländern also wenn jemand ein CDN vor seine Website schaltet dann haben wir da auch die Möglichkeit äh das zuverlässig auszuliefern und wie gesagt äh an sich Serverstandorte 6 äh Standorte in Europa und äh davon ist eben die Mehrzahl in Deutschland das nur mal ganz kurz wie groß unsere Cloud ist weil das war ja die Frage und was wir da äh äh hosten in welchen Dimensionen gut ähm Cloud und hosten eigentlich ein ganz guter Übergang zu dem Thema von David mit Atlassian richtig genau da haben nämlich Kunden jetzt richtig viel Spaß so sieht's aus ja äh äh der ein oder andere kennt Atlassian vielleicht unter anderem durch seine Software wie äh Jira Confluence ähm oder auch äh Bitbucket jetzt hat genau Bitbucket richtig äh Hipchat früher Hipchat genau Confluence ist die ist eine Wiki-Software Jira ist eine Projektmanagement-Software und äh Bitbucket ist eine Verwaltungssoftware so wie Git im Prinzip ähm ja und die haben sich jetzt ähm folgendes Schönes für die Kunden ausgedacht und zwar stellen die ab Februar 2021 also zum 2. Februar 2021 den Verkauf von Lizenzen Server-Lizenzen für ihre Produkte ein und die Kunden können dann nur noch Data-Center und Cloud-Angebote nutzen das heißt das Hosting ist nur noch auf den Servern von Atlassian zulässig eine gute Sache immerhin wer bereits eine Lizenz hat kann diese noch bis 2024 nutzen danach endet dann der Support und die Preise erhöhen sich wohl auch zum 2. Februar 2021 unter anderem ist die Idee dahinter dass einfach die der administrative Frust entnommen werden soll und durch die zentralisierte Verwaltung ja die die Updates auf jeden Fall sicher eingespielt werden das ganze einfacher laufen soll und so weiter ich was man halt so sagt wenn man seine Kunden in die Cloud bekommen möchte ich sehe es halt ein bisschen schwierig an weil es ist halt dann wieder das Problem wenn du das halt nicht on-premise hostest sondern irgendwie in der Cloud von dem Anbieter da musst du halt auch wieder schauen wo landen die Daten wie läuft das alles das sind ja auch wieder riesen Themen und wir hatten das ja erst jetzt mit deinem Business Thema Datenschutzerklärung und du musst ja dann auch Verträge abschließen ist halt auch immer schwierig und Atlassian ist ja glaube ich jetzt nicht in Deutschland mit der Cloud oder in Europa sondern über den großen Teich was ja die Sache nicht wirklich einfacher macht und ich könnte mir auch vorstellen dass es einige Unternehmen gibt die dann sagen jo wir sind ja nicht mit Jira verheiratet wir können auch was anderes und ja das Thema mit der Verwaltung das ist auch so ein bisschen vorgeschoben weil ich habe ja schon mal Jira installiert wir haben ja früher wir haben ja früher bei Kurs of You auch selber Produkte von Atlassian eingesetzt ich denke an den Hipchat zum Beispiel oder auch Jira haben wir mal getestet aber letztendlich ja also so schwierig waren die nicht die sind eher an anderen Sachen gescheitert bei uns gut Hipchat ist eh irgendwann abgekündigt worden dann ist es in Richtung haben die nicht Slack gekauft gehört nicht Slack mittlerweile zu Atlassian ich glaube schon dass sie mittlerweile sich Slack einverleibt haben auf jeden Fall sind die dann haben die das irgendwie eingestellt und dann sind wir davon abgekommen und ja bei Jira da haben wir uns jetzt letztendlich dann halt eben für eine andere Lösung entschieden aber ja also ich glaube nicht dass es sich damit einen großen Gefallen tun ja also ich finde es interessant sie haben auch auf der Webseite die neuen Preise dann aufgelistet also Future Pricing und eine Jira Data Center Lizenz für 1 bis 500 Nutzer jährlich kostet 42.000 Dollar also nichts was du mal schnell so einfach mal kurz shoppst am Black Friday ist halt schon krass ja ich sag mal so am Anfang war ja der Investitionswiderstand jetzt nicht so hoch weil die haben natürlich gerade für Startup Unternehmen und kleine Unternehmen oder auch ehrenamtliche Projekte hatten die ja diese ganz günstigen Lizenzen da hast du dann 10 User für 10 Euro im Monat oder sogar im Jahr bekommen und da wird man natürlich dann schon ein bisschen schwach gerade wenn du ein kleines Unternehmen aufbaust dann sagst du hey das ist dann echt fair für dich und du kannst es finanzieren und du hast vor allem Profisoftware im Einsatz und das ist ja immer das wo viele Leute einen davor warnen dass man in solche Fallen dann reintappt und genau diese Falle hat halt auch Atlassian gestellt dass sie dann halt ich glaube das war so bei den auch bei den On-Premise-Geschichten das war auch ein Grund für uns wo wir gesagt haben hey da gehen wir lieber meilenweit auf Abstand weil das Produkt war wirklich schön zu bedienen und alles aber 10 Lizenzen waren praktisch für 10 Euro aber ab 10 Lizenzen ich glaube 15 hätten dann im Jahr schon 2.000-3.000 Euro gekostet und das ist natürlich dann schwierig gerade für ein Startup-Unternehmen oder für ein Unternehmen was gerade in der Gründung sich befindet ist es halt nichts wenn du dann irgendwann doch mal mehr brauchst und dann hast du halt gleich ein paar tausend Euro schwierig und das war halt auch ein Grund für uns dass wir gesagt haben hey nee also wir wollen was was gleichmäßig nach oben skaliert vielleicht sogar nach oben hin noch günstiger wird das ist natürlich immer noch besser aber wo wir zumindest nicht mehr bezahlen müssen wenn wir wachsen also wo wir nicht nicht mehr pro einzelne Lizenz bezahlen müssen und deswegen war das für uns dann irgendwann halt ein K.O. Kriterium ich weiß nicht du benutzt ja oder hast ja auch Confluence benutzt war auch eigentlich ganz nett oder das Tool ja bisher also ich ich habe es auf jeden Fall öfter mal in Verwendung gehabt auch auch Jira eigentlich lässt sich gut bedienen es ist halt sind halt also gerade Jira ist halt ein extrem mächtiges Tool also es ist wirklich krass aber es ist eine gute Usability muss ich sagen und kann man auf jeden Fall nicht schlechtes Trello gehört doch auch zu denen mittlerweile ja stimmt wo du es gerade sagst das nutzt ihr auch gern genau das nutze ich auch gern und das nämlich genau da haben sie nämlich die ganzen Anmelddaten zu Atlassian Konten gemacht wo du es gerade sagst das stimmt ja ja sind wir mal gespannt wie das weitergeht also ich könnte mir schon vorstellen dass sie damit sehr viele Kunden verprellen natürlich die Cloud ist für viele Leute mittlerweile schon attraktiv aber die Preise müssen halt auch stimmen und ja also ich glaube nicht dass sie sich damit einen Gefallen tun und gerade bei Unternehmen sag ich mal die mit sehr sehr kritischen Daten ich wollte es gerade sagen genau das ja sind sie halt jetzt komplett raus richtig weil wenn du da keine Option bietest das im eigenen Datacenter zu hosten oder annähernd an den Voraussetzungen wird schwierig also da sind sie auf jeden Fall raus und gucken wir mal ob das dem Unternehmen dann noch so gut tut aber gut die haben jetzt Slack das könnte vielleicht den einen oder anderen Taler auffangen was immer noch für mich ein Rätsel ist warum Slack so erfolgreich ist aber gut es gibt viele Leute in meinem Umfeld die schwärmen davon die sagen hey wenn du Slack mal benutzt hast möchtest du nichts anderes mehr benutzen ich weiß nicht so ja gut das ist halt immer die Geschmäcker sind verschieden gut wo sie vielleicht nicht so verschieden sein dürften das wäre bei den Windows Server Versionen weil es gibt nämlich eine Studie und mehr als die Hälfte aller Windows Server sind halt wirklich Security Schrott also das ist wirklich die sind total broken also 58% aller Windows Server die sich im Internet befinden also öffentlich erreichbar sind nicht richtig mit Windows oder Sicherheitspatches versorgt dementsprechend natürlich dann auch tickende Zeitbomben und da gibt es eine nette Studie von Rapid7 Leute die unseren Itza Content konsumieren die wissen dass wir dass das Pentester sind und die haben mal so ein bisschen im Internet geguckt was sie denn alles so finden und das sind halt die Zahlen erstaunlich also erstmal dass diese Server halt frei zugänglich im Internet stehen ist halt auch krass die haben untersucht Windows Server 2003 2008 die ja nicht mehr supported sind oh Wunder aber dann halt auch 2012 2016 und 2019 und haben halt gemerkt hoppla es sind wirklich sehr 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 viele veraltete Systeme im Netz und ist mir sowieso immer ein Rätsel wie man so einen Windows Server einfach ohne Firewall ins Internet klatscht aber es gibt scheinbar genügend Unternehmen die sagen hey das ist für uns eine valide Möglichkeit irgendwas ins Internet zu bringen und es ist sehr sehr spannend und beängstigend als jemand der mit IT-Sicherheit viel zu tun hat wenn man sich vorstellt dass da so viele Zombie-Server unterwegs sind allein in Deutschland sind 50.000 Server mit einer veralteten IES-Version und Windows Server 2008 R2 im Einsatz schwierig würde ich mal sagen wie gesagt Studie oder wie immer besser gesagt Studie ist auf jeden Fall verlinkt könnt ihr euch nochmal reinziehen ist auf jeden Fall sehr beängstigend und falls ihr Admin seid schaut mal nach was bei euch so im Internet hängt vielleicht habt ihr da auch noch irgendwie so eine alte Kiste rum hängen die in der DMZ rum gammelt und öffentlich vielleicht erreichbar ist sollte man auf jeden Fall ersetzen gegen eine aktuelle Version oder vielleicht sogar ja Linux wäre auch eine Option ja von Linux kommen wir jetzt zu Datenschutz und Tesla genau was war denn da schon wieder los genau da kommen wir jetzt zur nächsten Studie da gab es nämlich eine Studie die den Datenschutz sich mal angeschaut hat zu Tesla und naja es ist herausgekommen dass sich Tesla halt wenig gibt um den europäischen Datenschutz also da ist nicht mehr eine Grundlage drin auf welcher Grundlage quasi diese Daten erhoben werden und da gibt es eben diese Kamera die zur Verkehrsüberwachung ist zum autonomen Fahren und die kannst du auch dauerhaft einschalten das nennt sich Guard und Send Remote und ja da wird halt alles erfasst also da werden keine Leute verpixelt da werden keine Kennzeichen verpixelt das ja das ist halt komplett ungenügend was der Tesla treibt und diese Studie ist jetzt auch zum Ergebnis gekommen dass eigentlich Tesla in Europa nicht mehr verkauft werden dürfen also wenn man nach dem Datenschutz geht also ja das Thema muss man halt ich meine es ist kein Geheimnis dass ich schon Tesla Fan bin würde ich mich schon als Tesla Fan outen aber letztendlich muss man natürlich sagen es ist schwierig weil jeder jedes Unternehmen was eben in Europa unterwegs ist weiß ja worauf es sich einlässt dementsprechend müsste man halt das Ganze anpassen ich sehe halt dann wieder um mal für Tesla zu sprechen ich sehe halt da den großen Faktor der Weiterentwicklung der Software dass die Software halt lernen soll und so weiter und das kannst du halt gerade wenn es um KI Learning geht Machine Learning dann kannst du das natürlich nur mit großen Datenmengen machen so funktionieren auch viele IT Security Hersteller dass die sehr viele Daten verarbeiten und ja dass die daraus eben Schlüsse ziehen wie Angriffe ablaufen und bei Tesla ist es halt so die wollen die wollen da eben halt auch Schlüsse darauf ziehen wie Verkehr funktioniert und wie Autos fahren wie Fahrer reagieren auf gewisse Verkehrssituationen und so weiter und das Ganze halt DSGVO konform umzusetzen stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor bin ich ganz ehrlich also ja und auch so das Thema wie willst du das sonst einem Tesla beibringen weil letztendlich kannst du ihn zwar auf irgendwie einen simulierten Fahrplatz schicken aber eine Simulation ist halt trotzdem nicht das was halt in Wirklichkeit passiert und dann kannst du halt die KI trotzdem nicht so gut trainieren wie du es eigentlich gern hättest also ist so eine zweischneidige Geschichte ich weiß nicht also manchmal denke ich halt dass Datenschutz schon ein bisschen übertrieben wird aber auf der anderen Seite verstehe ich es halt auch und gerade wenn du in der IT Security Branche bist dann ist es natürlich ja essentiell gehört halt dazu aber in dem Fall bei einem Elektroauto weiß ich nicht ob man sich da nicht wieder zu sehr zu sehr übertreibt und letztendlich der Tesla der wird halt dann eben in den USA entwickelt und da wird er halt gefahren und dann da ist er halt dann komplett offen ist schwierig manchmal steht halt der Datenschutz auch so ein bisschen im Weg um Innovationen hier durchzubringen persönliche Meinung ja aber David wie sieht's denn oder Georg Ja aber man kann's auch schon ziemlich übertreiben mit dieser Datenfreiheit also das ist halt immer das Problem dass diese Daten halt meistens nicht bei dem bleiben die sie halt auch verwenden also legal verwenden sondern was ich für Daten produziere können auch wieder andere mit einsehen Leute mit etwas schlechten Intentionen richtig klar klar das ist auch mal so das Ding wo Daten anfallen können sie natürlich auch missbraucht werden ich sehe halt auch den Punkt dass halt viele Leute sich oder das regt mich halt immer auf so ein bisschen dass Leute halt sich Sachen skandalisieren sag ich mal aber wie eine Selbstverständlichkeit tagtäglich Google benutzen über einen Amazon Echo Speaker stehen haben und sich dann über Datenschutz aufregen bei Tesla und dann sag ich ganz ehrlich also Leute oder Google Mail benutzen wo ich dann auch sag ey Leute ihr wisst aber schon dass diese Unternehmen nicht anders arbeiten als Tesla zum Beispiel so nur dass ich halt bei Google sag ich mal jetzt nicht direkt einen wichtigen Mehrwert zur Weiterentwicklung von so einer wichtigen Geschichte wie autonomen Fahren habe sondern da geht es einfach nur um Profit der Anzeigen auf der Google Plattform und deswegen werten die meine E-Mails aus und deswegen ist zum Beispiel für mich also ich würde mir einen Tesla holen wenn ich es finanziell könnte aber für mich wäre halt da der Datenschutz jetzt nicht so schlimm im Vergleich zur Nutzung von Google Mail für meine privaten und geschäftlichen Mails das wäre für mich eher ein No-Go als zu sagen hey Tesla ist mir zu gesprächig wo es natürlich dann aufhört wenn Tesla zum Beispiel auch im Innenraum die Kameras oder im Innenraum auch den Fahrer beobachtet Gespräche aufzeichnet und so weiter da hört das Thema dann auf aber letztendlich wenn es darum geht Fahrtdaten zu analysieren da ist muss ich ehrlich sagen da bin ich dann eher flexibler aber ich weiß nicht wie sieht David das Ganze du bist ja da auch so ein bisschen was Datenschutz angeht oft getrennter Meinung zumindest wenn es um Cloud Dienste geht ja schwierige Sache auf jeden Fall ich glaube also ich prinzipiell ich habe es ja schon mal gesagt prinzipiell ist es ein wichtiges Thema was man auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren sollte aber ich glaube man muss auch manchmal einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben und ich glaube dass halt auch so das ein oder andere keine Ahnung Gesetz Erlass was auch immer auch einfach ein bisschen fortschrittsbehindert sein kann ist de facto einfach so wie gesagt wenn wir über Kameras im Innenraum reden ja das ist für sich dann auch sehr schwierig wo ich jetzt aber auch sagen muss ich muss mich jetzt die gibt es ja aktuell nicht also das ist nur mal so eine Sache wenn es die gäbe genau sowas ja auch gemeint was ich jetzt ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit Tesla nicht genau genug befasst um zu wissen wie qualitativ gut diese Aufnahmen sind jetzt muss man aber auch mal legen ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass da drin der über krasse Sensor verbaut ist wo du dann wirklich die Leute perfekt im Gesicht erkennen kannst und dann ist die Frage ist das irgendwie wirklich relevant du siehst die vielleicht für keine Ahnung einen Frame zwei Frames in dem Video ja weiß ich nicht da geht es ja auch glaube ich eher darum dass man die KI trainiert wie sieht ein Mensch aus wie bewegt sich der Mensch wie verhält er sich in gewissen Verkehrssituationen ich glaube da geht es eher um diese Daten rungsherum als jetzt so wirklich um was interessiert das Tesla wenn da jetzt einer über die Straße läuft der der Hubert Hans Mayer ist also ja Tesla hat ja eigentlich nur das Interesse daran das eigene Auto weiterzuentwickeln zumindest ist es aktuell so wenn Elon Musk irgendwann eine eigene Suchmaschine rausbringt und E-Mail anbietet dann wäre ich ein bisschen vorsichtig oder Cloud-Stock aber ich meine sie haben ja SpaceX vielleicht stellen sie ja einfach so Mikroraketen her die Leute abschießen wer weiß aber ja stimmt schon das ist man muss einfach mal ein bisschen auf dem Boden Tatsachen bleiben uns nicht übertreiben genau aber mit Starlink könnt ihr quasi den Internetverkehr mitlesen oder überwachen das wäre natürlich das Internet richtig das man muss aber auch dazu sagen das kann auch die Telekom und ich meine ich will der Telekom nichts unterstellen aber letztendlich die prüfen ja zum Beispiel auch ob dein Anschluss irgendwelchen Spam verschickt ob der Anschluss irgendwelche Command & Control Server abruft und so weiter das heißt also auch die Telekom in Deutschland macht im Moment schon jetzt nicht unbedingt die Packet Inspection aber sie machen Packet Inspection und das sollte man da auch mit einbeziehen also dass auch Provider in Deutschland da durchaus sich auch den Netzwerk Traffic anschauen was ich noch zu dem Thema Behinderung von Projekten oder von Fortschritt in Deutschland sagen wollte zu der Thematik Datenschutz das hat man ja jetzt auch gesehen Thema Homeschooling da wird wochenlang monatelang über den Datenschutz von was weiß ich von Microsoft Office 365 diskutiert oder von was weiß ich irgendeiner Cloud Plattform und in der Zeit können die Schüler halt kein Homeschooling machen wenn man aber mal ehrlich ist die Daten die in dieser Cloud liegen und die da verarbeitet werden Schuldaten öffentlich zugängliches Wissen also da muss man eigentlich gar nicht lang diskutieren das ist eigentlich völlig wurscht welche Plattform da drunter läuft ich glaube in Hamburg war das wo die dann monatelang diskutiert haben was machen wir ich meine in Bayern war es relativ schnell klar nachdem ja in München mittlerweile Microsoft sitzt wahrscheinlich keine Ahnung wahrscheinlich hat Horst Seehofer schon von Microsoft des öfteren mal irgendwelche Geschenkchen bekommen nein aber es ist halt schon interessant dass Bayern da so schnell einen Rahmenvertrag mit ja mit Microsoft da erstellen konnte und bei den anderen Bundesländern ist es fast nahezu unmöglich und letztendlich hält man die Schüler davon ab irgendwie komfortabel sag ich mal im Unterricht nach dem 21. Jahrhundert zu betreiben ist schwierig also da bin ich sehr zwiespaltig was natürlich bei Unternehmen wieder eine ganz andere Nummer ist also versteht mich jetzt nicht falsch dass ich sage ja beim Unternehmen völlig Bums nutzt ruhig Cloud-Dienste ballert eure Dokumente überall rein ganz im Gegenteil aber wie gesagt bei solchen Sachen da geht es um keine großartigen Datensätze die irgendwie besonders schützenswert sind sondern lediglich da geht es um irgendwelche Lerninhalte und man hätte ja theoretisch auch noch wenn man es wirklich safe machen möchte dann könnte man ja auch mit Synonymen arbeiten dann müssten sich die Schüler gar nicht mit ihrem echten Namen auf der Plattform anmelden und dann weiß Microsoft auch gar nicht welcher Schüler da jetzt in welcher Session mit drin sitzt und aber ja wie gesagt meine naive Einstellung zu dem Thema vielleicht ich weiß es nicht aber mich hat es halt aufgeregt weil ich mir gedacht habe warum können diese Schüler nicht von den tollen Möglichkeiten profitieren nur weil da irgendwelche Spinner meinen sie müssen da jetzt wochenlang oder monatelang über Datenschutz diskutieren hilft halt an der Stelle auch nicht weiter ehrlich gesagt vor allem würde ich da sagen da würde ich mir eher um andere Sachen also keine Ahnung die Aufbewahrung der wirklich zu schützenden Daten in der Schule wie Klausuren die teilweise bei meiner alten Schule offen im Schulkeller rumlagen wo die da rein konnte oder nur mal kurz dran zu erinnern das Parallelbeispiel die ganzen Krankenakten die der YouTuber jetzt Marvin in dem Krankenhaus da gefunden hat so weißt du und da machen riesen Diskussionen auf und da liegt das Zeug offen zugänglich also ja richtig genau also schwierig da ist jemand wahrscheinlich zu übermotiviert gewesen vielleicht ein neuer Datenschutzbeauftragter der da irgendwie sich wichtig tun wollte aber letztendlich natürlich muss man das Thema Datenschutz angehen aber man hätte da eher praxisnahe Lösungen finden müssen und pragmatisch denken müssen so meine Einstellung und da nicht einfach sagen ja das dürfen sie jetzt nicht und können sie nicht und wie auch immer und dann erfahre ich wieder von unserem Azubi zum Beispiel dass der eine Berufsschullehrer der legt halt seine Dokumente einfach ins Apple in die Apple Cloud oder so der andere ins Google Drive letztendlich das Zeug ist ja noch unkontrollierter wie wenn jetzt die Schule zentral eine Lösung kauft und einen Auftrags Datenverarbeitungsvertrag abschließt und eine Datenschutzerklärung und wenn jeder Lehrer da seine eigene Privatcloud benutzt das ist halt dann auch schwierig dann haben wir wahrscheinlich noch weniger gewonnen wie wenn das zentral irgendwie gesteuert wird und man sucht sich einen Anbieter der einigermaßen seriös ist und fertig also ja schwierig gut ja von Elektroautos Datenschutz kommen wir zu Datenübertragung ja vor allem im Mobilfunknetz wo wir in Deutschland ja nicht so die Stärke haben ja ich glaube wir sind immer noch auf Platz 70 von 50 oder so ne das ist schon ein bisschen und zwar geht es um folgendes die Firma Swisscom das ist der größte Schweizer Telekommunikationsanbieter hat eine in einem fahrenden Zug eine Datenrate von 1,2 Gigabit pro Sekunde erreicht und ja das Ganze ist so ein Pilotprojekt so ein Versuch eben in gerade in Züge eine bessere Übermittlungsgeschwindigkeit zu bringen das große Problem bei der ganzen Sache ist nach wie vor sind die Fenster die Fenster von den Zügen haben nämlich ich sag mal schirmen relativ gut ab gegen Mobilfunksignale und die haben wohl Mobilfunk durchlässige Fensterscheiben entwickelt betont wie auch immer entwickelt und das soll da wohl ziemlich förderlich sein auf jeden Fall funktioniert das Ganze so dass inhand der Fahrstrecke eine Art Antennenkorridor also quasi ich sag jetzt mal an jedem von diesen Strommasten wo die Oberleitung dranhängt so ganz blöd gedacht eine Sendeanlage dranhängt also im Prinzip eine kleine Antenne die halt angeschlossen ist an das Mobilfunknetz und der Vorteil von der ganzen Geschichte ist eben dass die durch den kurzen Abstand einmal die Sendeleistung viel geringer halten können können aber auch mit einem Mix also sie haben es mit 4 und 5G wohl gemacht ziemlich gute Übertragungsraten einmal erreichen und auch eine sehr geringe Latenz also wir reden bei 5G Latenz oder Antwortzeiten von ungefähr 8 Millisekunden und das ist nochmal viermal kürzer als mit 4G und ja die Planung ist eben dass das Ganze eine lückenlose Abdeckung ergeben soll also man hofft dass das Ganze so im ersten Quartal 2021 dann weiter validiert werden kann und in Zukunft dann eben die Personenzüge mit einer hohen Donutgeschwindigkeit ausgerüstet werden können und das Ganze ist laut Swisscom ich sag mal eine ja eine offene Technologie also es können wohl sollen wohl auch Mitbewerber sollen es offen stehen das nutzen zu können um das zum Beispiel vielleicht auch bei der Deutschen Bahn oder was auch einzusetzen und ein weiterer Vorteil davon wäre auch noch dass sie damit das bestehende Bahnkommunikationsnetz was wohl über GSM abgefrühstückt wird auch mit dem neuen Standard Future Railway Mobile Communication Systems auch kurz FRMCS quasi ablösen können also es werden mehr Klappen mit einer Fliege geschlagen genau und ja vielleicht haben wir endlich dann mal stabiles Netz im Zug ja gut die Schweizer die sind da sowieso etwas weiter als wir also ich staune immer wieder wenn ich mit Leuten aus der Schweiz rede wie gut die Mobilfunkabdeckung dort ist aber auch wie gut und zuverlässig die Schweizer Bahn funktioniert aber wir haben glaube ich auch schon mal drüber geredet welche Probleme bei uns so die Deutsche Bahn hat die sind ja sehr facettenreich das fängt ja schon mit den Strecken an wie die geplant wurden wie die runter gewirtschaftet wurden und so weiter das ist alles eigentlich sehr schade naja aber vielleicht schwappt da so ein bisschen Technologie von der Schweiz hier rüber das kann man sich ja eigentlich nur wünschen ehrlich gesagt ich meine offen ist es sie können es wohl nutzen also schön wäre es aber die Deutsche Bahn die baut ja jetzt auch immer mehr Hotspots aus in den also keine Corona Hotspots sondern WLAN Hotspots in den Bahnhöfen und das ist halt auch schon mal ein gutes Zeichen also das halt auch die kleineren Bahnhöfe mit WLAN versorgt werden also Coburg hat jetzt auch da hat jetzt jahrelang die ich glaube das ging von der Stadt aus oder von den Stadtwerken ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher die hatten dort den Bahnhof mit WLAN ausgeleuchtet mit Access Points und jetzt ist auch die Deutsche Bahn da reingekommen ich glaube jetzt haben die Betreiber der anderen Infrastruktur das natürlich abgebaut aber letztendlich WLAN gab es da dann auch schon aber die Deutsche Bahn wird da jetzt auch tätig im Zuge irgendwie von diesem Zukunftsbahnhof wo eben auch Coburg da irgendwie mit dabei ist wird auf jeden Fall sehr interessant also wenn da irgendwas Digitalmäßiges da passiert dann können wir gerne im Podcast auch mal drüber reden wird auf jeden Fall noch interessant ja was auch interessant ist Thema Security wieder mal dass F-Secure unsere finnischen Freunde den Staatstrojaner den Gar ausmachen wollen also sie haben zumindest gesagt hey also wir werden definitiv wenn wir das Ding kennen und das Ding zu Gesicht bekommen wir werden es definitiv blockieren und auch unsere Kunden darüber informieren und das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen weil im Moment ist es halt wieder große Diskussion wie viel darf denn eigentlich bei uns der Nachrichtendienst oder der militärische Abschirmdienst und wie sie alle heißen was dürfen die eigentlich abgreifen dürfen die Backdoors haben und so weiter und so fort das ist ja immer wieder das Thema ich weiß gar nicht es kommt jedes Jahr mindestens einmal auf jetzt auch wieder durch den Terroranschlag in Wien der keine Frage natürlich schrecklich ist aber letztendlich ist halt auch jedes Mal wieder die Frage bringt uns denn ein Staatstrojaner eine Backdoor wirklich was das ist echt die Frage und ich zweifle es eigentlich jedes Mal an und das Problem ist ja wenn du irgendwo Backdoors reinbaust du schwächst ja auch dann sag ich mal unbescholtene Unternehmen damit also ich rede ja jetzt nicht mal nur vom Privatbürger der vielleicht dann schlimmstenfalls irgendwie seine keine Ahnung seinen Rechner verschlüsselt bekommt oder irgendwas wir reden da ja auch von Unternehmen und es gibt ja auch schon Fälle ich erinnere nur mal an unseren Dauerbrenner auf dem YouTube Kanal damals Petia die Ransomware die war ja der NSA schon länger bekannt wurde aber bewusst zurückgehalten diese Schwachstelle und Microsoft nicht darüber informiert bis dann eben Kriminelle diese Schwachstelle ausgenutzt haben und letztendlich dann natürlich ein riesiger Schaden für Unternehmen ich meine allein hier in Deutschland waren einige große Unternehmen betroffen die größte Unternehmen war wahrscheinlich die Deutsche Bahn die damals betroffen war was da für ein Schaden entstanden ist allein durch diese Geschichte wo ein Geheimdienst bewusst Informationen zurückgehalten hat weil er eben diese Schwachstelle für sich nutzen wollte um in Systeme einzudringen ist wirklich sehr sehr schwierig sehe ich sehr sehr kritisch und weiter geht es dann zum Beispiel mit Juniper Juniper Routerhersteller hauptsächlich im Carrier Umfeld Rechenzentren und so weiter Fun Fact die QSO4U Infrastruktur wird auch über Juniper geroutet weil da kommt man eigentlich kaum vorbei an Juniper wenn man irgendwie im Internet hängt ich würde sogar behaupten die Pakete die ihr gerade bekommt vom Podcast ist mindestens auch einmal über irgendein Juniper Gerät geroutet worden und diese Firma hat eben mit dem Geheimdienst zusammen eine Backdoor eingebaut die haben gesagt hey ja warum nicht ist eine gute Idee können wir doch machen kein Problem ja das Problem ist dass denen irgendwann diese Backdoor um die Ohren geflogen ist und ganz schwierige Geschichte weil irgendeiner plaudert immer irgendwann fällt sowas auf landet wird in die falschen Kreise weiterverkauft und so weiter und so fort und deswegen sind solche Geschichten eigentlich wirklich nur kritisch zu sehen auch das Thema Entschlüsselung von Whatsapp und von Messenger Diensten ja hallo wo leben wir denn also ich kann das nicht nachvollziehen weil es ist ja auch oftmals so man hört bei solchen Anschlägen ja oftmals ja der war schon länger im Fokus ja Leute wenn der schon länger im Fokus war und ihr habt es nicht geschafft den aus dem Verkehr zu ziehen dann werdet ihr den auch nicht aus dem Verkehr ziehen wenn ihr das Handy überwacht oder wenn ihr seine Verschlüsselung abrufen kann und mal ganz ehrlich nur weil Verschlüsselung dann vielleicht verboten ist oder irgendwelche Backdoors ich meine wenn es wirklich hochkriminelle sind oder Terroristen die finden Möglichkeiten um um ihre Kommunikation über andere Wege zu verschlüsseln und da kriegen die Ermittlungsbehörden erstmal gar nichts mit oder wo jetzt unser Freund Wendler unterwegs ist naja nicht Freund aber ihr wisst schon wie es gemeint ist wo jetzt der Wendler unterwegs ist auf Telegram Telegram wird ja oft gesehen als die Plattform die super sicher ist und so weiter genau das Gegenteil ist der Fall WhatsApp ist sogar sicherer als Telegram nur die meisten Leute die wissen das nicht und gerade bei diesen ganzen Verschwörungshainys und so weiter die haben ja oftmals null Ahnung von der Technik aber letztendlich ist Telegram unsicherer als WhatsApp weil es keine durchgehende Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat von dem Betreiber mal komplett abgesehen wo man gar nicht weiß was das für eine Firma ist wie seriös sind die da ich möchte jetzt nicht sagen dass Facebook sehr seriös ist aber zumindest ist Facebook nochmal eine andere Geschichte als die ja dieser Betreiber von Telegram aber gut ja letztendlich kommt es immer mal wieder auf den Tisch jetzt auch mit Terek was jetzt im Gespräch ist mit Artikel 17 wird übrigens auch nochmal ein Thema sein ich werde mit Felix versuchen da die nächsten Tage Wochen mal eine Folge aufzunehmen bezüglich Artikel 17 und Uploadfilter da hat sich noch einiges getan aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen weil das ist schon sehr viel was da jetzt mittlerweile passiert ist und was da so nebenbei abläuft und ich glaube mit einem Juristen wie den Felix da kann man das auf jeden Fall hier ein bisschen detaillierter abfrühstücken naja letztendlich Staatstrojaner F-Secure werden keine Freunde mehr und macht eigentlich den Anbieter nur sympathisch es gibt einige Anbieter die von Anfang an ausschließen mit den Ermittlungsbehörden in solcher Form zusammenzuarbeiten also in Form von Backdoors und so weiter also auch G-Data zum Beispiel ist da mit dabei Sophos ist auch im Video zu sehen also wir hatten ja ein Interview auf der Itza gemacht mit Sophos die haben sich auch ganz klar davon distanziert und haben gesagt hey wir garantieren wir arbeiten nicht mit solchen Behörden zusammen wir bauen keine Backdoors in unsere Produkte ein es gibt natürlich Hersteller da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus die zum Beispiel ich möchte jetzt keine Namen nennen aber die sind zum Beispiel durch den National Security Letter dazu verpflichtet Backdoors einzubauen und da weiß man eigentlich oder da ist es ein offenes Geheimnis dass da auch Backdoors drin sind bis hin zu Unternehmen aus dem asiatischen Bereich wo man auch weiß dass die eigentlich politisch gesehen gar keine andere Wahl haben als da irgendwelche Zugänge offen zu halten für irgendwelche Ermittlungsbehörden jo Staatstrojaner schwieriges Thema ich glaube es gibt keinen von euch der sagt hey juhu Staatstrojaner oder seht ihr das so das ist es sinnvoll oder ich weiß nicht ich finde das immer ein bisschen die sind ja immer manchmal moralisch sehr flexibel unterwegs weißt du irgendwie auf der einen Seite wirft man hier irgendwelche riesen Keulen mit Datenschutz auf der anderen Seite kommen dann noch solche Sachen wie nach Wien was du ja schon gesagt hast natürlich ist das scheiße aber das ist halt kein Freibrief dazu uns alle komplett zu durchleuchten grundlos also ich meine ich finde das halt immer ein bisschen schwierig deswegen war ja moralisch flexibel da kommt man nach solchen Sachen dann wieder ums Eck ah ja und für die Sicherheit da müssen wir das ach ja hier noch ein bisschen und da noch das und es ist ja kein Problem ja also ich glaube halt das ist Thema Sicherheit erstmal muss man ja auch mal die nackten Zahlen sich angucken wie viele Leute kommen durch Terroranschläge in Deutschland ums Leben es ist ein sehr sehr geringer Teil wie viel kommt durch normale Kriminalität ums Leben und das sind natürlich sehr sehr viel mehr das heißt in meinen Augen sollte man erstmal schauen dass man vielleicht guckt dass man mehr Polizisten auf die Straße bekommt das ist natürlich auch was ist in den letzten Jahren immer mehr abgebaut worden dass der Bürger auch mehr Sicherheitsgefühl hat man sollte gucken dass die Polizisten die da auf der Straße sind ja nicht gerade eine rechte Armschwäche haben der dann immer nach oben geht zum Beispiel solche Geschichten sowas muss man halt angehen die Bürger sollten auch mehr Vertrauen dadurch dann halt auch in die Polizei bekommen und dieses Thema Polizei dann Freunde und Helfer das sollte halt mehr in den Vordergrund rücken und da sollte man erstmal mehr machen und ich glaube dass dann auch nicht mehr so die Frage ist brauchen wir jetzt hier irgendwelche Staatstrojaner oder irgendwelche Möglichkeiten weil letztendlich sag ich mal schon allein das Thema mehr Polizisten auf den Straßen dann kann man wahrscheinlich auch viel mehr Terroranschläge in den Städten verhindern oder wenn ich überlege ganz ehrlich mitten in der Nacht irgendwo in München U-Bahnhof da fühle ich mich auch nicht mehr so wohl gut ich komme vom Dorf ist nochmal eine andere Geschichte aber letztendlich wenn ich da allein unterwegs bin da würde man sich schon wünschen dass da was weiß ich abends dann zu später Stunde in jedem U-Bahnhof irgendwelche Polizisten unterwegs sind oder Security-Leute oder irgendwas aber da wird halt auch wieder am falschen Ende gespart und da ist halt irgendwie so ein Security-Gefühl nicht wirklich vorhanden dann und wie es da abends oder nachts Frauen geht möchte ich gar nicht drüber nachdenken die haben wahrscheinlich schon überhaupt keinen Bock dann da irgendwie rumzulaufen das sind glaube ich eher so die wichtigeren Sachen wenn ich ehrlich bin aber gut naja gucken wir mal was kommt letztendlich können wir wenig machen es ist halt auch schwierig wenn dann irgendwelche Parteien am Ruder sind das hat man ja bei Artikel 13 Schrägstrich 17 gesehen die halt wirklich null Ahnung von der Materie haben und die halt vielleicht wirklich denken ja das ist die perfekte Lösung solche Systeme zu implementieren und dann wird es halt wirklich schwierig naja ja wo es auch manchmal schwierig wird das ist beim Mobilfunkfirmen Mobilfunkprovidern wenn man kündigen möchte das kann manchmal zur Tortur werden das stimmt das steht mir gerade gute Erinnerungen mir selber noch bevor ich muss beim Vertrag auch noch kündigen aber auch schon am eigenen Leib gespürt dass das manchmal nicht ganz so glatt läuft und genau dazu bezieht sich auch der Artikel den wir damit reingenommen haben und zwar geht es darum dass Mobilfunkfirmen nach einer Kündigung keinen Rückruf verlangen dürfen so okay würde dem einen oder anderen vielleicht erst mal nicht sagen und zwar geht es darum dass Verbraucherschützer gegen Mobilcom Digbitel vor Gericht gegangen sind weil die Unternehmen bei dem Eingang der Kündigung vom Kunden einen Rückruf verlangt haben und zwar das ganze so aus der Kunde hat gekündigt dann hat das Unternehmen wohl hat gekündigt und hat auch angegeben er möchte für Verkaufsgespräche was auch immer keine weiteren Kontaktierungen durch den Mobilfunkanbieter mehr haben und möchte die Kündigungsbestätigung ja und dann hat Mobilcom Digbitel gesagt nö machen wir nicht haben den Schreiben haben ein Schreiben rausgeschickt und sich gebeten sich wegen offener Fragen zu melden um dann da ein Kundenrückgewinnungsgespräch durchzuführen und das ist zum Glück auch vor Gericht am 17. September ist das Urteil da damals ergangen und das untersagt den Unternehmen eben auch unter anderem eines Ordnungsgelds von bis zu 52.000 Euro oder ordnungshaft bis zu sechs Monaten das Ganze nicht zu tun und ja ist halt ein leidiges Thema ich weiß auch aus einem guten Bekanntenkreis jemand der mal bei O2 gearbeitet hat eben auch in der Kündigungsabteilung Kündigungsabteilung Mensch was ist denn heute los und die haben da auch Quoten zu erfüllen und wenn da halt irgendwie mal was nicht passt oder sie haben halt einfach nicht mehr genug also so Rückholquoten genau ja genau so es ist extra die sind extra nur dafür da dass sie die Kunden anrufen sagen hey du hast gekündigt hier so und so wollen wir dir nicht ein besseres Angebot machen die haben dann ein gewisses Kontingent an ich sag mal Spielraum können dann auch bei hartnäckigen Kunden ein bisschen mehr Prozente geben aber das ist halt nur ein gewisses Kontingent und wenn du das einfach nicht mehr hast dann erfüllst du die Quoten nicht oder der Kunde wird da dann vielleicht auch genervt dann ist es auch ganz schon oft schon passiert dass man halt einfach dann im Kundenkontakt nichts eingetragen hat die Kündigungsbestätigung nicht raus und der Vertrag läuft weiter ist mir selber schon passiert beziehungsweise meiner Freundin die hat deswegen ein Jahr lang extra gezahlt und wie gesagt ist mir von jemandem der da mal gearbeitet hat auch bestätigt worden dass das Gang und Gebe in der Branche ist also ist schon irgendwie eine krasse Sache ich find's gut dass da jetzt auch mal im Urteil gesprochen wurde dagegen weil das ist halt einfach super nervig und geht in meinen Augen gar nicht ja hatte ich aber in der Tat auch schon mal dass man dann halt ewig anrufen muss und Sachen bestätigen muss oder du kriegst einen Rückruf was noch nerviger ist weil da zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren kann wo du dann irgendwie ein Codewort oder irgendwas übermittelt bekommst wo du denkst sag mal geht das nicht auch anders also das ist schon richtig teilweise richtig asozial ich mein die nutzen natürlich den Spielraum aus und ich mein der Markt es hat umkämpft gerade O2 ist natürlich auch in der Situation dass die wirklich sehr viel Geld sparen müssen aber ich mein das rechtfertigt natürlich nicht alle Mittel ist ja ganz klar und letztendlich ist der Mobilfunk in Deutschland ja auch politisch etwas kaputt gemacht worden und künstlich verteuert worden und das haben halt andere Länder nicht und da funktioniert es halt auch alles besser aber gut unsere Politik hat es ja mit Digitalisierung nicht so und digitale Sachen ganz schwierig kann man nicht so einschätzen na Georg wollte noch was sagen glaube ich ne ich wollte nichts mehr sagen achso ok weil es hat sich gerade so angehört gut ja aber das nächste Thema ist glaube ich vom Georg genau dazu würde ich etwas sagen denn wir feiern einen kleinen Gewurzstück dieses Jahr denn in den 2000ern sind die ersten USB-Sticks rausgekommen damals von IBM und Track 2000 International ach du scheiße ja also mein erster USB-Stick hatte glaube ich 128 MB ich weiß nicht was eure hatte aber das war schon keine Ahnung ich glaube meiner könnte ein Gigabyte schon gehabt haben ich glaube bei mir war es auch noch 512 oder 256 es war irre klein ja also ich ich glaube das war so 2005 oder 2004 ich weiß noch der war sau teuer damals das war ein Schweinegeld die haben viel Schule oder so irgendwas haben wir an dem Stick gebraucht und ich weiß noch ich bin Saturn echt gedacht für einen USB-Stick das ist da hast du ja 50 Euro für so einen Teil ausgegeben heute kaufst du für 50 Euro irgendwie einen Terabyte auf der Mikro-SD-Karte damals hat es ein ganzes Geld weg für einen scheiß 200 MB Stick ja ich glaube auch 128 MB hatten damals auch irgendwie so keine Ahnung 80 Euro gekostet war auf jeden Fall unverschämt teuer und aber man muss ja natürlich sagen das hat sich damals auch bewährt gut jetzt ist halt Cloud in aller Munde aber letztendlich USB-Stick eine feine Geschichte wenn man nicht also ich meine wo USB-Stick aufhört habe ich auch mal gemerkt da habe ich die große Freiheit verspürt und habe auf einem USB-Stick versucht einen Hypervisor zu installieren und das war halt ein USB-Stick der da nicht wirklich für geeignet war das war zum Glück nur ein Testsystem aber letztendlich ist mir dann das ganze System um die Ohren geflogen weil die Log-Dateien von dem Hypervisor so viel Traffic erzeugt haben dass das Ding halt einfach überhitzt ist und da hast du natürlich dann auch keinen Spaß by the way da gibt es spezielle USB-Sticks die arbeiten eher wie eine SSD da kann man das machen aber der klassische Flash-Speicher der ist halt dafür nicht geeignet dass du da irgendwie ein Linux-System laufen hast was da ständig irgendwelche Lese- und Schreib-Operationen durchführt und dann ist halt so ein Speicher relativ schnell am Ende und gibt halt einen Geist auf ja jetzt bin ich mit dem Thema wieder komplett abgekommen Georg wollte sicherlich noch was dazu sagen ne das war eigentlich so vom Grundthema aber es gibt trotzdem noch ein paar interessante Anekdoten zum Beispiel hat mein Kumpel damals in der Wirtschaftsschule probiert die Gilde 2 über einen USB-Stick am Laptop zum Laufen zu bringen es hat funktioniert es hat bloß geruckelt wie Sau ja gut ja das ist halt auch was der hat halt dann nicht so viel Performance das ist ja auch ein Thema überleg mal diesen 128 MB Stick den man damals USB 2 oder 1 damals vielleicht sogar noch den man damals befüllt hat der hat natürlich eine andere Schreibrate gehabt und Leserate als die Sticks jetzt wo du teilweise mit 100 MB oder noch mehr da irgendwelche Daten drauf prügeln kannst das ist halt schon mal wieder eine ganz andere Geschichte das macht natürlich auch mehr Spaß was ich mir Thema USB-Speichermedien damals mal gegönnt habe 2006 glaube ich war es eine eine USB-Fotobank zur Erklärung was war das gab es beim keine Werbung beim Konrad Elektronik das war so ein USB-Gerät da war ein Akku verbaut eine 2,5 Zoll Notebook-Festplatte und ein Display mit 3,4 Knöpfen und einem Cardreader was konnte man damit machen deswegen auf Fotobank du konntest unterwegs wenn du dein Laptop nicht dabei hattest konntest du von deiner Digicam oder von dein Camcorder dein Material ohne PC auf diese Platte kopieren lassen und das war halt irgendwie saupraktisch ich habe ja damals schon viel Fotografie und Videografie gemacht und Speicherkarten waren damals sehr teuer diese 2,5 Zoll Festplatten die waren halt günstiger da war eine 40 Gigabyte Festplatte drin die hat damals auch irgendwie so 160 Euro gekostet das Gerät hat nochmal 80 Euro gekostet oder 100 und dann konnte ich halt damit zum Beispiel im Urlaub weil ich ja noch kein Notebook hatte aber auch keine tausenden SD-Karten habe ich dann einfach mal ganz smart unterwegs ohne PC meine Daten auf diese USB-Festplatte kopiert und fand ich damals war echt eine smarte Geschichte und Thema Schule das Ding habe ich halt dann auch in der Schule verwendet um halt da irgendwelche Präsentationen drauf zu packen es war halt eine USB-Festplatte mit 40 Gigabyte also war damals schon eine feine Lösung fand ich persönlich ganz ehrlich oh da hattest du aber Glück weil das ist mein Kollege mal auf der Arbeit passiert der hatte da auch quasi seine USB-Festplatte auf das Rechnergehäuse gelegt das war ungefähr so auf Kniehöhe und dann ist diese Festplatte halt wirklich flach auf den Boden gefallen und das vor dem Kunden und dann schau mal schauen wir da ob die Dateien noch funktionieren und die Festplatte hat einfach nicht mehr funktioniert die Daten waren weg ja schwierig ja gut ich muss auch ehrlich sagen ich bin was sowas angeht schon von immer irgendwie so ein Mensch gewesen der auf seine Technik relativ gut aufpasst also ich habe bisher noch sehr wenig Hardware geschrottet und also das krasseste was mir halt passiert ist aber das war halt auch unverschuldet das bei das war noch in meiner DJ Karriere damals mit Nico wo mir damals ein Basketball auf mein Display vom Laptop gefallen ist also gefallen in Anführungsstrichen das war ein bisschen blöd das war eine Sportveranstaltung wo wir ein bisschen Musik aufgelegt haben und moderiert haben und so ja und dann war halt das Display hinüber aber ansonsten so Festplatten selbst kaputt gemacht auch Handys also ich habe noch kein einziges Smartphone Display selber geschrottet der irgendwie achte ich da halt besonders drauf ich weiß es nicht es ist halt so irgendwie als Nerd achtet man da eher vielleicht drauf als wie jemand der halt normal unterwegs ist die Geräte normal benutzt keine Ahnung ich weiß nicht woran es liegt ich bin ganz froh weil das ist ja auch alles immer Geld und die Festplatte die hat auch erstaunlich gut gehalten also die habe ich jahrelang benutzt ich habe allerdings keine Ahnung wo das Gerät im Moment ist also ich habe es nicht weggeschmissen ich muss mal gucken ich glaube ich habe das irgendwann nachdem ich dann Büromäßig umgezogen bin habe ich das glaube ich dann auch nicht mehr ausgepackt oder irgendwas ich weiß es nicht das ist in irgendeinem Karton wird es noch drin sein also wenn ich es wieder finde dann mache ich glaube ich mal ein Video drüber weil ich fand es halt extrem praktisch also dieses Thema ich kopiere meine Bilder dann auf eine Festplatte unterwegs das kann man ja auch als Backup benutzen also falls die SD-Karte kaputt geht aber gut mittlerweile ist es eh kein Thema mehr weil die USB-Sticks oder USB-Platten oder USB-Speichermedien allgemein die kosten ja nichts mehr also im Prinzip könnte man theoretisch wenn man irgendwo was produziert das auch auf der SD-Karte einfach drauf lassen und eine neue SD-Karte kaufen was übrigens auch keine gute Idee ist weil eine SD-Karte ist für Archivierung nicht geeignet aber letztendlich könnte man das theoretisch machen und die Profikameras das vielleicht noch als kleine Anmerkung die Profikameras also zwei habe ich ja hier im Einsatz die wir auch auf den Messen verwenden die haben zum Beispiel auch zwei Slots also da kannst du dann zwei Karten parallel beschreiben falls eine Karte den Geist aufgibt dass dann eben die Bilder oder das Video dann auf der anderen Karte immer noch verfügbar ist das ist ein ganz nettes Feature finde ich und vor allem wenn es was wichtiges ist Interviews oder eine Hochzeit stell dir mal vor du filmst eine Hochzeit und dann geht diese scheiß SD-Karte kaputt oh ja absolute Horror sehr blöd möchte man nicht haben ja aber das kann man auch mit alten Kameras noch machen die jetzt nur einen SD-Karten-Slot haben da gibt es nämlich sogenannte WLAN-SD-Karten und es gibt auch noch diese Festplatten die eben per WLAN dann quasi diese Dateien kopieren können und das heißt dass man sich dadurch dann auch wieder so eine Art Backup-Funktion machen könnte das klingt interessant ich habe halt bei WLAN dann immer so die Bedenken dass dann die Verbindung abreißt und dann wird das File halt irgendwie korrupt abgespeichert oder gar nicht naja das wird ja auf der SD-Karte selber an und das ist halt einfach bloß ach so ist das ja okay das ist cool das ist cool ja viele Wege führen ja aber diese SD-Karten sind natürlich sehr sehr teuer und sind vom Speicher her ich glaube das größte was ich mal gesehen habe war 128 GB also wer da 4K Aufnahmen machen will eher nicht schlecht gut da muss halt auch das WLAN-Modul mit reinpassen und man darf ja nicht vergessen so viel Platz hat ja auch eine SD-Karte nicht wirklich also da ist es vielleicht noch besser wenn die Kamera direkt WLAN kann aber da sind wir dann auch relativ schnell in einem Bereich wo die Kamera sehr teuer wird und die teuren Kameras die haben alle zwei Speicherslots und die Sony A7 Mark III die ich zum Beispiel habe die ja kostet glaube ich normal irgendwie 3000, 2500 oder irgendwas ohne Objektiv natürlich und da erwartet man aber auch dass sowas drin ist ganz ehrlich also da die Kamera die kaufst du ja eigentlich nur wenn du auch wirklich ambitioniert auf irgendwas machst die kauft ja niemand der sagt ja ich möchte mal alle zwei Jahre mal irgendwie was weiß ich den Sylt Urlaub fotografieren sondern das ist schon was wo man sagt okay da möchte man öfters damit Bilder machen und vielleicht professionell filmen oder irgendwas dann kaufst du dir so eine Kamera und letztendlich ganz ehrlich für einen Fotografen wenn du dein tägliches Brot damit verdienst dann kannst du dir auch eine Kamera oder eine Kamera leisten die sowas kann aber es macht irgendwie Sinn ja Happy Birthday USB-Stick kann man dazu nur sagen ich würde sagen Dinge die wir nicht können in Deutschland sinnvoll mit Steuergeldern umgehen ja der der Bund der Steuerzahler oder Steuerzahlerbund hat sein aktuelles Schwarzbuch rausgebracht da würden quasi die ganzen verprassten Steuergelder aufgelistet und angeprangert wo es denn nicht gut gelaufen ist und das unter anderem auch raufgefallen dass durch den ich sag mal die verzögerte Umstellung von Windows 7 auf aktuelle Windows-Versionen durch ausgelaufenen Support unter anderem das alleine in Hamburg über 500.000 Euro an Kosten erzeugt hat die natürlich auch von Steuergeldern bezahlt werden also 526.000 Euro hat das wohl den Kosten der Support-Vertrag für die veralteten Windows 7 Computer und ja man man hat sich jetzt daraus geredet man hätte ja inzwischen 98% der Rechnen begriert so viel ist es ja gar nicht mehr und außerdem hätte man ja rechtzeitig 2016 schon damit begonnen aber es lief halt alles nicht so ganz rund weil irgendwie die bereitgestellte Hard- und Software noch nicht bereitgestellt werden konnte wie auch immer insgesamt haben sie herausgefunden dass alleine den Bund das gut 800.000 Euro im Jahr gekostet hat oder kostet durch die immer noch nicht umgestellte Hard- und Software ja und auch ein ganz lustiges oder eigentlich nicht lustiges Schmankerl noch dazu es gibt ja auf der Bundesebene dieses Mammutprojekt das hat über 5 Jahren läuft und zwar IT-Konsolidierung Bund die Idee ist davon dass eigentlich die Betriebssysteme Computerarbeitsplätze von diesen ganzen 180 Ministerien und Behörden und ja was halt noch alles so gibt modellisiert werden sollen vereinheitlicht werden sollen und ja das läuft halt nicht so ganz rund also man hat in durchgesicherten Kostenplänen festgestellt dass inzwischen die ursprünglich für das Vorhaben veranschlagte Summe in dreistelliger Millionenhöhe jetzt allein schon nur für die Beraterhonorare ausgegeben wurde also wir reden davon 257,6 Millionen Euro die bis 2025 nur für die Expertisen gezahlt werden oder worden sind und man schätzt dass am Ende des Projekts die Beraterkosten auf 578,2 Millionen Euro sich summieren und ja das ist man schätzt das Gesamtprojekt insgesamt also auf 3,4 Milliarden Euro aber der Bund deutscher Steuerzahler fürchtet dass das Ganze nicht so ganz reicht und da dann doch wieder sehr viele Steuern verschwendet werden also ganz schön heftig muss ich sagen ja ich meine ich sag mal so wir haben schon Geld viel großzügiger zum Fenster rausgeworfen aber ich sag mal so das ist schon ein Hammer also auch das Thema Berliner Flughafen das ist ja nachhaltig bei uns auch in Erinnerung geblieben nicht nur der Flughafen an sich ja auch die IT war ja veraltet das haben wir ja im letzten Podcast besprochen und das ist halt auch wieder so ein Fall und Windows 7 da noch durchzuschleifen ich weiß nicht wie es aktuell bei der Bundeswehr aussieht bei Windows XP kann ich mich noch erinnern das haben die damals ja auch noch weiter betrieben das war ja auch so ein Thema dass die da nicht updaten konnten oder wie auch immer ist halt immer eine schwierige Geschichte ich meine ich bin Sys Admin aus der Praxis weiß ich dass es halt manchmal schwierig ist aber letztendlich muss man doch versuchen das trotzdem irgendwie abzudaten und wenn das halt so schwierig ist dann muss man sich auch mal die Frage stellen ob vielleicht auch man eher Richtung Linux geht und dann halt versucht da abzudaten aber man hat ja selbst bei Linux gesehen dass es bei in München auch nicht richtig funktioniert weil da teilweise noch veraltete Versionen von was weiß ich Open Office und wie das alles heißt da rumgenutzt wurde und gemacht wurde auch schwierig also irgendwie kriegen unsere Behörden IT einfach nicht hin hat man den Eindruck naja aber wer IT hinbekommt und sogar sehr sicher unsere finnischen Freunde von F-Secure ähm ja es wird langsam ein Running Gag aber ähm ne Spaß beiseite das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema weil es geht um Psychotherapie in Finnland ähm also diesmal ist auch der Cybercrime Fall wenn man so will auch in Finnland da geht es nämlich um eine ja sowas habe ich auch noch nicht gehört eine Psychotherapeuten äh Gruppe also Unternehmensgruppe die halt auch einige ähm ja Praxen in Finnland äh betreibt also 22 Praxen mit insgesamt ungefähr 300 äh Physio äh Physio Psychotherapeuten und äh die betreuen um die 40.000 Patienten und äh die sind halt jetzt Opfer einer Cyberattacke geworden ähm wo eben Datensätze der Kunden erbeutet worden sind und letztendlich droht man halt mit der Veröffentlichung und äh das Pikante an der Geschichte ist halt dass nicht nur die ähm das Unternehmen an sich erpresst wird oder die äh Psychotherapeuten sondern auch die Patienten erpresst werden und äh das ist halt sehr pikant und äh letztendlich äh ist es mittlerweile so dass mehr oder weniger ganz Finnland äh angesetzt ist darauf eben diese ja Cyberkriminellen zu finden und F-Secure unterstützt ähm dabei diesen Fall aufzudecken es ist natürlich besonders krass weil wenn man sich überlegt bei so einer Psychotherapie gehören natürlich auch Diagnosen oder auch Tagebücher Einträge und solche Sachen dazu die dann da eben äh einfach erbeutet wurden und ich meine wir wissen ja alle dass Finnland viel weiter ist mit Digitalisierung als wir in Deutschland man kann davon ausgehen dass jegliche Notizen die Ärzte also sprich Therapeuten gemacht haben äh dass die auch in digitaler Form irgendwo in der Akte hinterlegt sind was vielleicht bei uns noch irgendwo im Aktenschrank verwahrt wird beim Psychiater das liegt halt dann da irgendwo auf einem Server und das ist halt besonders pikant da dran und ähm ja scheinbar halt auch skrupellos äh von den Kriminellen aus das ist ja auch immer so das Ding ähm wenn Leute denken hey Ransomware es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu bezahlen oder äh ja letztendlich man handelt da mit Kriminellen und das wird halt da auch wieder sehr äh deutlich klar dass die teilweise halt äh alles andere als äh ja menschlich agieren und äh auch keine Skrupel haben irgendwelche Privatleute ans Messer zu liefern und ähm teilweise ist es ja auch so dass mafiöse Strukturen oder sag ich mal gewöhnliche Kriminelle immer mehr auf Cyberkriminalität äh sag ich mal umschulen in Anführungsstrichen und ähm das macht die Sache halt auch äh sag ich mal so gefährlich weil da sind wirklich kriminelle Strukturen und Energien im Hintergrund am Werkeln und das kann halt ganz schön heftig werden also hier geht es ja auch um große Lösegeldsummen die natürlich äh nicht nur ähm von der Firma erpresst werden sondern jetzt mittlerweile auch von den Patienten weil die Daten haben sie ja alle und man kann da natürlich dann auch die Patienten direkt anschreiben und ähm ja mittlerweile sind auch Daten äh im TOR-Netzwerk davon aufgetaucht also man möchte das eigentlich äh ja nicht haben ne und äh letztendlich ist es halt eine besonders beschissene Situation also ich möchte nicht wissen wie man damit jetzt hier umgehen sollte und ähm finde es aber auch äh jetzt gut dass dieser äh ungewöhnliche Fall halt auch öffentlich gemacht wird weil viele Unternehmen unterschätzen halt einfach auch ihren Bedarf an IT-Sicherheit wahrscheinlich hat dieses äh diese diese dieser Praxisverbund oder wie man das auch immer nennt diese Gesellschaft nicht wirklich drüber nachgedacht dass die mal Opfer einer solchen Erpressung werden aber es ist mittlerweile sehr groß und das ganze Ding ist halt jetzt auch groß in den finnischen Medien ähm ja und die haben halt jetzt auch ähm mit F-Secure ein ein Cyber-Security-Unternehmen jetzt an ihrer Seite die natürlich versuchen ähm auch das ganze also das ganze aufzuklären oder halt auch versuchen irgendwie an Daten äh ranzukommen oder an Spuren die der Täter da hinterlassen hat aber das ist halt oftmals bei Firmen die für sowas nicht sensibilisiert sind sehr schwierig da irgendwelche Rückstände zu finden es ist nicht unmöglich weil spurenlos geht das wenigste ähm aber kommt halt drauf an wie lang der Täter sich schon im Netz befunden hat und äh vor allem äh wie er auch reingekommen ist und was er alles bekommen hat und so weiter und so fort äh ja schwierig zu sagen auf jeden Fall eine sehr beschissene Situation wünscht man sich auf jeden Fall nicht so es gab Hausdurchsuchungen bei Pay-TV Piraten also erst mal ganz ehrlich Pay-TV ist bei mir sowieso schwierig also Sky und so also wenn wir jetzt nicht gerade mal von der Bundesliga abgesehen frage ich mich wer nutzt es noch und da geht es jetzt um einen etwas größeren Stil von Pay-TV Betrug in Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Sachsen Anhalt und da gab es eben Razzien und im Visier standen eben zwei Brüder im Alter von 37 und 35 Jahren äh und die sollen wohl da irgendwie ja Pay-TV Lizenzen geshared haben im großen Stil und Cardsharing betrieben also kann mich noch erinnern das ist wieder hier Opa erzählt vom Krieg aber ähm vor also wo damals noch Sky Premiere war ähm ist ja mittlerweile verjährt da gab es hier in der Region auch einen Anbieter so einen Radio-Fernseh-Futzen der hat Fuzzi der hat auch ähm solche Receiver mit vorinstallierten Premiere angeboten ähm hat man sich so erzählt ich weiß es natürlich nicht aber das fand ich auch ganz interessant damals war das scheinbar noch viel einfacher da gab es auch mal eine Website kenne ich natürlich auch nicht persönlich ähm irgendwas mit TO wo man dann diesen Sky Entschlüsselungscode irgendwie der stand da der wurde regelmäßig aktualisiert den hast du dann alle paar Wochen hast du den im Fernseher eingegeben und dann konntest du ähm Premiere damals Premiere gucken ähm ja ähm irgendwann hat sich das Ganze natürlich dann von alleine erledigt weil die natürlich auch schlau waren und gesagt haben hey da passieren Sachen die wollen wir nicht haben aber ähm dieses Pay-TV-Ding dass das halt überhaupt noch ein Thema ist also ich weiß nicht hat jemand von euch ein Sky-Abo so richtig mit Filmen und Zeugs ich hab mir bloß damals äh das ich glaub das nennt mal Sky-Ticket hab ich mir damals für Games of Thrones geholt aber ansonsten ja gut ja war wahrscheinlich das einzige Argument äh gut ich glaub House of Cards äh war damals auch mal bei äh Sky und ähm irgendwas hat der Felix auch geguckt hat er mir erzählt ich weiß nicht mal was das war irgendwie äh irgendwas mit Polizei Brooklyn Nine-Nine oder oder irgendwie sowas nee das ist eine Netflix-Serie egal keine Ahnung ja stimmt das läuft auf Netflix nee auf jeden Fall irgendwas das hat er damals auf Sky-Ticket geguckt also hat mich auch nie wirklich erreicht aber gut interessant nö und das ging da jetzt hier um diesen klassischen äh Pay-TV-Betrug fand ich mal interessant ach siehste das könnte man noch in die Umfrage der Woche packen wer von euch hat denn äh Pay-TV äh abonniert nutzt ihr Pay-TV das nehm ich mal mit auf und äh solange gehen wir mal zum Georg der hat nämlich noch ein Thema genau denn äh die Deutsche Bahn baut ja ihre Datenzentrum um und verlagert oder besser gesagt äh baut ab denn äh die Deutsche Bahn verlagert jetzt ihr Daten äh Zentrum nämlich zu äh Microsoft in die Azure Cloud und in die Amazon Cloud also die AWS interessante Kombination genau vor ein paar Jahren war noch das Thema dass sie nur zur AWS gehen genau äh und die wollen halt eine sogenannte Multi-Cloud Strategie haben damit sie halt nicht von einem abhängig sind hm schauen wir mal ob dadurch das Zeug stabiler läuft ja äh äh Deutsche Bahn und Cloud wer hätte das gedacht jetzt könnte man natürlich sagen die sollen sich lieber mal um ihre Schienennetze kümmern und so weiter aber ja egal geschenkt äh ja was 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 man nicht geschenkt haben möchte das ist eine Schreibtischlampe mit Kamera und Display ähm die im Moment so ein bisschen die Runde macht weil so eine TikTok Mutter das präsentiert hat gut das Ding ist halt jetzt auch eher im asiatischen Bereich unterwegs aber das Video kursiert halt ähm in den USA hauptsächlich und da geht es halt auch darum dass dann dass man das Kind beobachten kann und solche Geschichten also das ist schon ein bisschen äh creepy alles möchte man nicht unbedingt haben äh wen die Hintergründe dazu interessieren der kann gerne den Artikel anklicken und sich da mal ein bisschen informieren aber letztendlich äh muss man sowas schon hinterfragen also ich finde es immer kritisch wenn jetzt irgendwelche Eltern irgendwelche Hardwareprodukte in Kinderzimmer bringen mit dem Ziel äh dass sie das Kind besser beobachten können ähm ist halt auch schon heftig gut jetzt während der Corona-Pandemie wenn jetzt zum Beispiel äh das Kind in Quarantäne ist mit Corona ist es vielleicht nicht schlecht dann über Videokonferenz zu kommunizieren aber das muss dann nicht gleich irgendwie fest installiert sein sondern kann auch übers Handy oder Tablet erfolgen ähm ja Sachen gibt es die gibt es gar nicht ja und äh was es gab das war ein äh Data ne Data Breach nicht aber ein ein Sicherheitsvorfall beim beim Donald beim Onkel Donald Trump ja das stimmt ja ähm und zwar haben sogenannte Crypto Scammer die Webseite die Wahlkampagne Webseite von Donald Trump übernommen ähm kurzzeitig war nach Mitternacht dann zu lesen diese Seite wurde übernommen äh die Welt ähm hat genug von deinen Fake News oder von den Fake News die täglich Donald Trump verbreitet werden und äh ach was ja auf jeden Fall kurze Zeit später war die Webseite wohl ja normal interessanterweise ähm die hatten wohl ja sonst kein Mitleid ne interessanterweise also Sicherheitslücke ist wohl nicht klar ähm wo wie was warum ähm interessant war auf jeden Fall dass ähm die Hacker behaupteten dass sie Zugang zu Informationen haben der beweisen würde dass die Trump Regierung an der Erstehung des Corona-Viruses beteiligt sei und ähm dass Trump mit ausländischen Akteuren zusammenarbeiten würde um die Wahl zu manipulieren und dann hat diese Nachricht auf zwei verschiedene Monero-Adressen verlinkt kurz zur Information für die es nicht wissen Monero ist auch eine Kryptowährung so wie Bitcoin ähm auch schon relativ lang auf dem auf dem Markt sag ich mal genau und die hat auf zwei äh Monero-Adressen oder Wallets im Prinzip gelinkt und je nachdem was die ich sag mal User wünschen also entweder die Information geheim halten oder die Information zu veröffentlichen auf das dementsprechende Konto sollten sie quasi Geld überweisen also transferieren in dem Fall über das über das Monero-System und nach einer nicht gesetzten Frist sollte dann quasi die Höhe der eingezahlten Beiträge darüber entscheiden ob die Informationen in die Öffentlichkeit kommen oder nicht das ist schon eigentlich genial das ist genau du gewinnst immer die Bank gewinnt immer also in dem Sinne das könnte auch irgendeine Spielotheken betreiber ja das stimmt das wäre auch ja Hyperino ja gut aber Adam mit Spielotheken zu vergleichen System einfach wo du für irgendein Ergebnis abstimmen kannst mit Geld das macht ach so ja aber das ist ja ja gut also ja ja aber ja ist ähnlich würde ich mal sagen und gleich ja nur dass du halt bei Adam auch was davon hast in gewisser Hinsicht also das stimmt ja gut Trump Anhänger die haben vielleicht auch was aber letztendlich funktioniert ja jeder jeder Spenden oder jedes jeder Livestreamer mittlerweile so der dann irgendwelche Dinge macht wenn ihm Geld eingeworfen wird ja aber interessante Vorgehensweise von solchen Cyberkrimen es ist auf jeden Fall also es ist nichts Schlimmes wohl gewesen laut dem Kampagnenteam und keine sensiblen Daten in die Öffentlichkeit gelangt worden ja gut was soll auf so einer Wahlkampfseite denn drauf sein ja vielleicht war es sogar der Hoster selbst war weiß oder ein Admin beim Hoster ja es gibt Sachen die gibt es gar nicht was es aber jetzt gibt es gibt eine neue Business Version von GData hey ja ja ich ihr habt ja also wir hatten ja schon mal über GData geredet ich habe ja schon einige Sachen erzählt die mir so begegnet sind damals wie wir das Ganze als Business Suite eingesetzt haben und da sind wir ein paar mal richtig ja es war ein Reinfall es war einfach nicht schön wir haben uns damit nicht wohl gefühlt jetzt gibt es eine neue Version die finde ich ganz interessant also die erstmal hat die Oberfläche einen Facelift erfahren nicht schlecht ich hätte mir trotzdem gewünscht dass dann irgendwann vielleicht doch mal ja eine Web-Oberfläche kommt ohne irgendwie Silverlight oder sowas aber nur so eine Idee und ja aber es ist wirklich besser geworden von der Übersichtlichkeit her zum Beispiel und die Usability ist glaube ich auch besser geworden also sieht zumindest auf den Screenshots so aus ich habe jetzt noch keine Testinstallation gemacht letztendlich haben die aber auch neue Key Features drin wie zum Beispiel dass sie halt die Wächter überarbeitet haben das war ja dringend notwendig mehr Performance weniger Fehlalarme das ist auch gut dann haben sie ihr Biest verhaltensbasierte Erkennung von Malware haben sie eingefügt und jetzt auch mit einer Bereinigungsfunktion für infizierte Office-Dokumente ja die Machine Learning Geschichte also DeepRay haben sie jetzt auch integriert da soll durch künstliche Intelligenz und Machine Learning sollen verhüllte Chartprogramme erkannt werden die zum Beispiel sich innerhalb von ja verschlüsselten Dateien befinden oder einfach gekapselten Dateien und das Ganze soll alles ein bisschen ressourcenschonender werden es ist auch die AMSI Schnittstelle integriert also die Microsoft Schnittstelle für ja Sicherheitssoftware es gibt jetzt auch eine Sicherheit für virtuelle Maschinen die nennen sich GData VM Security also wo man praktisch so eine Art Scanning Server installiert und im Hypervisor dann nur ein ein Client läuft der einen sehr sehr geringen Footprint hat und die Last wird dann eben auf diesen Node nach außen gelegt das haben auch Konkurrenten muss man dazu sagen aber GData hat das jetzt glaube ich auch schon etwas länger ja die Oberfläche sieht moderner aus Mandanten fähig in der GData Endpoint Protection Suite oder ja man kann das auch von seinem Partner von seinem GData Partner verwalten lassen und da ist natürlich eine Mandanten Fähigkeit ganz gut ja es gibt einen neuen Startup Wizard interessant Policy Management ja das war auch so ein bisschen schwierig mit den mobilen Geräten also so eine Gerätekontrolle fand ich auch verbesserungswürdig damals muss ich ganz ehrlich sagen hat auch bei uns zumindest teilweise Probleme gemacht wo dann der Support gesagt hat kopiert mal den Ordner von A nach B dass es wieder geht und ja weiterhin gibt es auch noch optionale Module wie zum Beispiel die Mail Security das Patch Management oder auch den Web Security Gateway der also über einen ja Squid basierenden Web Gateway die den Traffic nach außen eben filtern kann und überprüfen kann und ja ganz interessant ich finde es gut dass GData da was macht und ich wünsche denen auf jeden Fall trotzdem auch wenn wir jetzt keine Kunden mehr sind damals durch diese Aktion alles Gute mit ihrem neuen Produkt mit ihrer neuen Produkt Version und dass sie halt dann auf jeden Fall auch mit den anderen Anbietern mithalten können auf lange Sicht weil wir brauchen deutsche Security Anbieter das ist einfach so wir brauchen Unternehmen in Deutschland die IT Security machen und nicht Unternehmen die sag ich mal hier ganz unten rum schwimmen sondern schon Leute die reinhauen und die was erreichen international das wäre wünschenswert so dann kommen wir von GData in deutschen Unternehmen mal in die USA zu einem anderen wie soll ich sagen zu jemandem der ein bisschen was macht genau der Licht ins Dunkel bringt ja genau es geht um ihn was es geht um es genauer zu machen um Starlink das ist quasi sein Satelliten Projekt mit dem er quasi Internet anbieten will und das geht jetzt in den USA in eine etwas größere Beta Phase und laut einigen Anwendern hat man da schon eine Downloadrate von ungefähr 150 Megabit pro Sekunde und eine Latenzzeit von 20 bis 40 Millisekunden und das für 99 US Dollar im Monat was natürlich wenn man sich jetzt mal Satelliten Internet anschaut extrem gute Werte sind also wenn man wirklich mit Satelliten Internet Hand hat dann hat man da meistens so Übertragungsraten bei 500 Kilobit oder so und dann auch ein monatliches Limit also User haben auch gesagt dass sie da 4K Videos fast ohne Probleme schauen können also ein ich finde es ein sehr ambitioniertes Projekt aber auch ein also es ist nicht zu 100% gut also es birgt relativ viele Gefahren und da bin ich mal echt gespannt ob Elon Musk das auch so sicher gestalten kann wie er es verspricht ja ja ich bin ich bin sehr gespannt das ist auf jeden Fall interessant weil letztendlich bedeutet natürlich auch für die Wirtschaft überall Internet eröffnet halt ganz neue Möglichkeiten also das macht schon irgendwie Sinn sowas auf den Markt zu bringen und Elon Musk ist halt verrückt genug um alles möglich damit anzustellen sind wir mal ehrlich also dem Typ traue ich so einiges zu ja es bleibt auf jeden Fall spannend ja spannend ist auch immer wenn es um die Bundeswehr geht weil die kriegen ja oftmals zumindest in Deutschland nicht so wirklich den Fuß vor den anderen ja und jetzt haben sie mal wieder was rausgehauen wo man sagen muss also da fragt man sich wirklich was ist denn da bitte los bei den Leuten dort vor Ort ja das habe ich mir auch gedacht als ich das gelesen habe und zwar die Bundeswehr will gehackt werden der eine oder andere kennt das System dass ja Unternehmen wie Apple Google Nintendo was auch immer keine Schleichwerbung nebenbei nur mal so ein paar genannt ihre Online-Services sicher machen wollen und ja wollen quasi dass Leute wenn sie Sicherheitslücken entdecken diese melden dafür gibt es dann solche so ein Bounty-Programm Bug-Bounty-Programm Leute melden das und kriegen dann meistens dafür dann sogar eine ziemlich hohe Geld Summe die Bundeswehr hat sich gedacht das können wir auch wir sind cool wir wollen das auch aber ihr kriegt nichts ihr kommt auf eine Hall of Fame Seite aber ihr kriegt nichts und ja wie gesagt der Ansatz ist ja nicht schlecht aber ich habe mir dann nur gedacht jetzt wollen die da irgendwie auf eine Hall of Fame setzen die Leute kriegen nichts dafür ich meine man kann ja so Zero Day Exploits auch einfach im Darknet verkaufen wie wäre es denn damit ist doch eine super Alternative kriegst du halt da deine Bounty ich meine wer dich bezahlt ist am Ende egal der Geldfluss ist entscheidend aber ich finde das schon ein bisschen befremdlich dass die Bundeswehr sagt ja hackt uns mal und halt für Laune ich meine da können ja dann durchaus auch sehr kritische Systeme dahinter stehen man soll es meinen genau wo ich dann eigentlich nicht so geil fände wenn da irgendwelche Zero Day Exploits oder was auch immer im Dach wird landen vielleicht ein anderes Land oder wer auch immer das ganz missbraucht irgendeine Hacker Gruppe und dann wer weiß noch was damit gemacht werden kann weißt du ja nicht also sehr erschreckend in meinen Augen und nicht der richtige Weg ja naja vor allem das das Ding ist ja auch letztendlich ist es ja auch Arbeit also die theoretisch ja auch von jemand gemacht werden könnte der dafür Geld bekommt also letztendlich zahlen ja Unternehmen dafür Geld dass sie gehackt werden eben über diese Bug Bounties oder eben auch über ja Penetrationstests innerhalb des Unternehmens oder auch andere Sicherheitsüberprüfungen Audits wie auch immer da gibt es ja diverse Möglichkeiten um sich selbst zu testen zu auditieren zu lassen und so weiter und so fort und da zu sagen jo das Ganze das macht jemand kostenlos für uns und ist schon ein bisschen eine Frechheit also anders kann man eigentlich gar nicht ich habe mir diese Hall of Fame Seite mal angeschaut da sind tatsächlich um die 15 13 Einträge von Ende Oktober bis heute und das meisten sind halt irgendwelche Open Redirects SQL Injections drei Stück Cross-Site Scripting Data Leakage und solche Geschichten und Missconfigurations ja was natürlich mehr dahinter ist aber wie gesagt es haben ein paar sind ein paar die immer wieder vorkommen aber finde ich schon auf jeden Fall ein spannendes Thema das so anzugehen ja ich meine es gibt vielleicht schon Leute die da mitmachen aber die Mehrzahl der Leute möchte natürlich dafür Kohle sehen sehe ich halt auch ähnlich also ich meine wenn ich da stundenlang verbringe ich meine das sind wahrscheinlich jetzt eher so offensichtliche Geschichten die dann aber auch zum Beispiel auf das Content Management System abzielen und ich sage mal so wenn man die Bundeswehr über ihr Content Management System hacken kann dann ist es wirklich grundlegend was falsch also das wenn das nicht wirklich ganz von der eigentlichen IT Verteidigungs-IT abgegrenzt ist dann weiß ich auch nicht dann machen die irgendwas grundlegend falsch was natürlich vielleicht sein könnte man weiß es nicht ja aber letztendlich Telekom wollte ich schon fast sagen Bundeswehr naja fast ist ja nicht so weit weg Telekom Bundeswehr egal ja gut ja David ja achso ich wollte überleiten das nächste Thema dann leit mal über ja Leute die auch Geld sehen wollen ist die erpresserische Trojaner erpresserische Trojaner der Gruppe Sodino Kiwi so habe ich jetzt fünf Uhr vorhin gelesen ja genau und zwar haben die einen Cyberangriff auf die Handwerkskammer Hannover gestartet und sind dort tatsächlich mit einer Ransomware in die Netzwerke der Organisation eingedrungen konnten wohl auch einige Systeme verschlüsseln und die Daten abziehen und ja ich meine die Handwerkskammer Hannover die angeblich nach sämtlichen Sicherheitsstandards was auch immer die kommende IT eingerichtet hat sag ich mal hat wohl eine Firma engagiert die sich darum kümmert und die Analyse ist auch noch nicht ganz fertig aber es ist wohl so dass aktuell sie davon ausgehen müssen dass alle Daten aus den lokalen Netzwerken abgefischt worden sind also das heißt das sind insbesondere Daten von Mitarbeitenden Schriftverkehr sowie Datenaustausch mit Mitgliedsunternehmen mit Auszubildenden oder auch mit Fördermittelgebern und Dienstleistern ja herzlichen Glückwunsch genau man hat auch dem Unternehmen geraten diese Erpressung nicht nachzugehen was ja auch Sinn gäbe und ganz interessant fand ich noch das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen dass der Geschäftsführer der sich um die ja ich sag mal Lösung dieses Problems kümmerte die da engagiert wurde auch noch mal betont hat dass gerade die die Cyberrisiken in den vergangenen Jahren noch mal viel größer geworden sind weil einfach viel mehr Leute diesen Erpressungen einfach nachgeben und tatsächlich auch die anonymen Erpresser bezahlen und das macht es natürlich zu einem profitablen Geschäft für die ganzen Kriminellen und das ist natürlich ein großes Problem und ja auch hier sieht man mal wieder auch auch da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit also von daher immer Augen auf im Netz genau so nachdem wir ja jetzt F-Secure thematisiert haben G-Data hat ja auch schon seine Plattform kommen wir jetzt zu Bitdefender ja letztendlich kann uns dann keiner nachsagen dass wir irgendwelche AV-Hersteller bevorzugen oder benachteiligen zumindest nicht in der Folge ja Bitdefender hat leider Gottes so ein bisschen Probleme gehabt in den letzten Wochen mit Security die haben einige Nachbesserungen machen müssen da ging es auch um eine Lücke in der über die man Code einschleusen konnte das ist zum Beispiel beim Entpacken von ja komprimierten Dateien die da analysiert werden war das eine Sicherheitslücke dieses Thema ist leider Gottes nicht ganz neu gerade also auch wenn man jetzt mal diesen Windows Defender anguckt der war auch schon öfters davon betroffen dass er sich halt durch das Entpacken von Dateien ja fehlleiten hat lassen und letztendlich hat halt sich in dem Fall muss man wirklich sagen Bitdefender an sich mag ja kein schlechtes Produkt sein aber letztendlich haben sie sich da jetzt ein bisschen nicht so mit rumbekleckert nachdem das halt mehrere Anläufe gebraucht hat bis diese Sicherheitslücken wirklich geschlossen waren und aber man muss auch wirklich sagen es ist immer wieder mal ein Thema wir haben ständig irgendwelche AV Hersteller hier die sind auch nicht fehlerfrei und das ist auch menschengemachte Software und alles die Frage ist halt immer wie geht man damit um wie schnell wird sowas gelöst wie professionell wird sowas gelöst und ja jetzt können wir froh sein dass die das Ganze gefixt haben jetzt gibt es natürlich wieder Wasser auf die Mühlen der Leute die sagen ja einen Virenschutz brauchst du eh nicht das ist halt immer schwierig wenn sich dann da einer einen Fehler erlaubt dann lachen sie alle und warten ja viele Leute gerade in gewissen Foren die warten ja nur drauf dass irgendeinem Hersteller in dem Bereich irgendwas passiert und dann wird da sofort drauf getreten dann was ist noch passiert kommen wir mal von Bitdefender kommen wir zu Avira die haben wir ja sehr selten bei uns hier im Podcast hat vielleicht auch den Grund dadurch dass ja Avira im B2B Bereich relativ relativ kleines Lichtlein war jetzt haben sie komplett hingeworfen also Avira möchte jetzt den B2B Bereich also Business Bereich zum 01.01.2022 komplett einstellen also da laufen die Lizenzen ab das wird dann wohl auch nichts mehr verkauft werden und ja das ist so ein bisschen ich sag mal so jetzt nicht wirklich groß überraschend hängt halt auch so ein bisschen damit zusammen dass halt viele ja Leute jetzt mittlerweile eben auf den Windows Defender setzen natürlich auch aber letztendlich muss man auch darf man nicht vergessen dass natürlich auch dieser Free-AV-Markt vorhanden ist und es gibt auch viele Leute die dann eben auf den Free-Markt setzen oder eben halt im Unternehmen eine groß angelegte Lösung brauchen und da muss man auch wirklich sagen hat Avira nie eine große Rolle gespielt also letztes Jahr auf der ITSA war der nee doch letztes Jahr auf der ITSA da war ja der Stand von Avira naja also ich sag mal so wir hatten damals mit der Schülerzeitung einen größeren Stand am Schulfest als Avira auf der ITSA hatte und das zeigt halt auch wie groß das Interesse an ja an der Firma eigentlich von von Businessseite ist also kaum vorhanden ich meine dass meine Berufsschule damals auch Avira im Einsatz hatte ja aber die die meisten sind halt dann doch woanders und für das Enterprise Business dafür ist halt wahrscheinlich Avira zu klein aufgestellt ähm und bietet nicht so viele Möglichkeiten ja und jetzt ist es halt eben dann auch irgendwie mehr oder weniger wird es dann eingestampft gut dann ähm habe ich noch ein Thema zum Thema Verschlüsselung und ähm ja Angriffe ähm es stellen also unabhängig jetzt von der Firma in dem Fall was jetzt eben die Firma Zscaler ähm stellen halt immer mehr Firmen fest ähm dass Ransomware oder auch Malware allgemein immer mehr über verschlüsselte Kanäle kommt ich meine Grund dafür ist zum Beispiel halt auch die Nutzung von solchen Cloud-Diensten wie Google Drive OneDrive Dropbox die natürlich auch verschlüsselt äh agieren und das macht oftmals die Detektion von solchen äh Schadsoftware Geschichten schwierig deswegen kann man halt mit einer klassischen Lösung da kaum mehr arbeiten und ähm ja man kann eigentlich sagen man muss eigentlich mittlerweile im Unternehmensumfeld auf jeden Fall den SSL Traffic aufbrechen und reingucken was ist denn da eigentlich drin ähm sonst kriegt man einfach nichts mehr mit auf der Firewall was in manchen Situationen gut ist aber manchmal möchte man halt auch was mitbekommen und da kommen halt dann eben diese Next Generation Firewalls ins Spiel die dann halt eben auch diesen Traffic entschlüsseln können und äh reingucken und das Ding dann wenn es äh gutartig ist wieder verschlüsseln und der Client denkt halt okay äh da ist nichts passiert und kann mit den Daten weiterhin ganz normal arbeiten also das wird denke ich mal noch eine größere Geschichte da Hashtag Werbung an der Stelle falls ihr in eurem Business da Unterstützung braucht auch die QSO4U Services also der Dienstleistungspartner von QSO4U der kann euch da weiterhelfen wir implementieren nämlich auch solche Systeme mit denen ihr dann zuverlässig euren Web Traffic filtern könnt und zum Beispiel auch über Sandboxing Dateien also nicht nur den klassischen Virenschutz sondern über Sandboxing eben auch Zero Day Malware erkennen könnt in E-Mails oder eben auch als Web Traffic können wir euch das Ganze einrichten und implementieren und haben da auch einige Kunden die da wirklich sehr zufrieden mit sind und nutzen das natürlich auch selbst gut Hashtag Werbung ist zu Ende und dann würde ich sagen kommen wir von Werbung zu Hotelbuchungen zu unerwunschter Werbung nein ja nicht so ein geiles Thema und zwar sind von Hotelbuchungsdienstleistern Millionen Daten von Reisenden geleakt worden explizit geht es da um die bekannten Buchungsplattformen Booking.com und Expedia außerdem Agoda Amadeus Hotels.com Hotelbets Omnibes und Sabre Es ist so dass nicht die Dienstleister selber schuld an diesem Datenleck sind sondern der Dienstleister Prestige Software ist ein spanisches Unternehmen das wohl diese Plattform bereitstellt dass die Hotelzimmerbuchungen quasi von den Plattformen an die Hotels übermittelt werden das Problem dabei bestand in einem falsch konfigurierten und daher ungeschützten AWS Bucket also Amazon Web Services Bucket und es geht dabei um Vor- und Nachnamen E-Mail-Adressen Telefon- und Ausweisnummern unter anderem auch Reservierungsdetails und Kreditkarten also Name Kartennummer Prüfziffer und Ablaufdatum also alles was man nutzen kann um schön shoppen zu gehen Interessanterweise hat auf der Webseite von Prestige Software gibt es dazu gar nichts es werden wohl auf den Seiten selber Hinweise angezeigt und das viel spannendere ist dass die geleakten Daten bis 2013 zurückreichen der wurde halt auch immer noch aktiv genutzt dieser Bucket denn nur ein paar Stunden nachdem die Analysten angefangen haben diese Datensätze zu checken sind neue Datensätze hochgeladen worden also dementsprechend ist das wohl schon länger offen es gab da zwischendrin dann nochmal ein Update und laut Prestige Software seien keine Datensätze öffentlich zugänglich gewesen oder nur für eine sehr begrenzte Zeit wie fürbare Münze man das jetzt nehmen kann ich meine das würde ich auch sagen wenn ich irgendwie sieben Jahre lang ein Datenleck offen hatte und es nicht gecheckt habe finde ich sehr spannend aber wir reden halt von 10 Millionen individuellen Datensätzen und allein seit August 2020 180.000 Datensätze also ziemlich heftig ich finde es halt immer wieder krass wenn Leute dann oder wenn Unternehmen dann solche Daten irgendwo mal ein S3 Bucket reinschmeißen und glauben dass es halt unentdeckt bleibt und ja also irgendwie schon schwierig was auch schwierig ist bei uns in Deutschland ist der Glasfaserausbau und da haben sich dann die Allianz und die Telefoniker gedacht wir machen einen Joint Venture um den Glasfaserausbau in den unterversorgten Regionen voranzubringen die Allianz investiert da mehr als 700 Millionen Euro in das deutsche Glasfasergemeinschaftsprojekt mit denen und das haben sie jetzt als unsere grüne Glasfaser getarnt nennen sie das ganze Projekt und wollen da eben was ausbauen da geht es natürlich nicht nur darum dass Leute schnell das Internet bekommen sondern da geht es natürlich auch um hohe Renditen und ja niedrige Zinsen aktuell sind natürlich ganz einladend solche großen Projekte zu starten das ganze läuft 50% über die Allianz die da ihre Aktien drin hat die Telefoniker Infra 40% und die Telefoniker Deutschland 10% schauen wir was da rauskommt wäre ja schön wenn da was Gutes dabei rauskommen könnte ja wäre doch mal ein positives Beispiel ja so ja Glasfaser braucht man sicherlich auch oder nutzt man gerne mal fürs Homeoffice weil das dann einfach noch besser funktioniert ja aber das Homeoffice soll uns ja jetzt so ein bisschen vermisst werden zumindest mit Abgaben das da sind sie ja immer schnell wenn es ums Geld geht oder um Abgaben das geht immer relativ fix da wird dann die Hand aufgehalten gell Georg genau da gibt es nämlich momentan einen Vorschlag von der Deutschen Bank also besser gesagt von dem Herrn Tempelmann der schlägt nämlich in ein Konzeptpapier vor naja jetzt die Leute die zu Hause arbeiten die sollten halt mal was abgeben äh um genau zu sein etwa 150 Euro im Monat äh was ungefähr 8 Euro im Monat äh 8 Euro pro Tag entspricht und warum sollen die Leute das jetzt im Homeoffice zahlen naja es ist ja so mit der Infrastruktur die benutzen dann Bahn und Bus nicht mehr so und dadurch wird also die Infrastruktur muss ja quasi aufrechterhalten werden aber die zahlen ja quasi dadurch dass sie zu Hause sind ja nicht mehr darin ein das heißt für die wo nicht in Anführungsstrichen das Privileg haben quasi im Homeoffice zu arbeiten äh die müssten dann quasi mehr zahlen für Bus und Bahn ja ja und das andere ist ja und dann im Homeoffice da spart man ja sowieso weil da geht man ja also da spart man sich ja die Bar nach der Arbeit oder Klamotten muss man ja auch weniger kaufen man sitzt ja immer in Unterhose hinter der Webcam ne kennt man ja genau mache ich immer so hier Vorstandskonferenz weißt du im Feinrip und Boxershort natürlich wenn die Deutschbanker das so machen können das gerne machen ja wenn es scheinbar wird es in der Deutschen Bank so ja gelebt ja also es ist schon wirklich interessant wie Leute da teilweise drüber denken ich meine äh nur weil die Leute jetzt äh zu Hause bleiben überleg mal wahrscheinlich die meisten Leute die im Homeoffice arbeiten die werden vielleicht sowieso mit dem Auto gefahren äh und äh letztendlich also die Bahn ähm die muss sowieso von hinten bis vorne subventioniert werden weil sie sich nicht lohnt ähm also ganz ehrlich ob da jetzt nochmal eine extra Subvention von von äh wegen Homeoffice dazu kommt oder nicht das ist ja eigentlich völlig wurscht und überleg mal wie viele Unternehmen seit Jahren schon also ich rede jetzt von nicht den ewig gestrigen sondern von den modernen Unternehmen die seit Jahren schon Homeoffice im Einsatz haben ähm da ist ja wie soll ich sagen also da hat auch bisher niemand gejammert und also ich kann das nicht ganz so ganz nachvollziehen also ich würde mich wahrscheinlich sogar drüber aufregen aber ich könnte mir vorstellen dass ich sogar dann irgendwann wenn wenn es darum geht würde ich sogar sagen na gut damit ich Homeoffice machen kann dann würde ich sogar dafür Geld bezahlen aber wohl ist es mir dabei nicht weil letztendlich im Homeoffice ich muss auch essen ich habe mir jetzt zum Beispiel bei den letzten paar Wochen Homeoffice ab und zu auch mal was nach Hause geliefert Thema und ich unterstütze unsere lokale Wirtschaft hier äh im Lockdown und ähm letztendlich konsumiere ich ja trotzdem und äh lebe ja trotzdem also es ist ja nicht so dass ich dann wenn ich zu Hause bin nichts mehr essen muss oder kann oder brauche wie auch immer äh und in der Firma schenkt mir das Essen ja auch niemand und das Essen muss ja auch irgendwo gekauft werden wird ja auch finanziert also da es wird ja die Ausgaben werden ja nur woanders hin verschoben und ich habe im Endeffekt ja dann auch vielleicht mehr Geld zur Verfügung was ich dann vielleicht für meine Freizeitaktivitäten auf den Kopf haue weil ich dann sage okay dann fahre ich halt einmal im Jahr mehr in Urlaub weil ich durch das Spritgeld äh mehr Geld zur Verfügung habe zum Beispiel und dann ist das Geld auch wieder in der Wirtschaft also das Geld ist ja nicht weg das hat nur jemand anderes so muss man das auch mal sehen naja ähm Thema äh Daten hat jemand anderes oder bekommt jemand anderes ähm Streamer unsere Schweizer Freunde äh die haben ja ihren ja Messenger-Dienst Streamer wie der Name schon sagt und äh da war immer das Problem äh dass du das nur auf einem Gerät nutzen kannst jetzt haben die da ein äußerst interessantes Konstrukt gebastelt für ein Multi-Device Ende-zu-Ende Verschlüsselungskonzept ähm das wird noch hochspannend ähm ja in die Details möchte ich jetzt nicht gehen ähm aber gut ich habe auch nicht so viele Details um ehrlich zu sein ähm aber letztendlich wird das interessant weil das würde wieder bedeuten dass viele vielleicht doch einen Grund haben äh Streamer einzusetzen ähm für mich war das halt immer ein bisschen nervig weil ich halt ganz gerne den Komfort genieße dass ich Chatnachrichten auf allen möglichen Devices empfangen und bearbeiten kann oder beantworten kann ähm und das ist halt jetzt sag ich mal bei Streamer auch bald kein Showstopper mehr wobei ich mir vorstellen könnte dass diese Multi-Device-Geschichte schon relativ aufwendig ist wenn man das sicher hinkriegen möchte äh Streamer ist jetzt auch erst vor kurzem wieder auditiert worden und ihnen wurde eine außergewöhnlich gute Code-Qualität zugesichert ähm ja bleibt äh abzuwarten wie das jetzt weitergeht aber ich halte auf jeden Fall den Streamer-Messager für einen sehr sehr gelungenen Messenger wir haben den ja auch jahrelang eingesetzt ja und äh ich habe ihn auch so noch auf dem Gerät weil ich einige Kontakte habe die eben über Streamer kommunizieren und äh ja kann den eigentlich auch so nur weiterempfehlen gut ähm ja wir hatten ja gerade das Thema Homeoffice äh kommen wir nochmal zum Thema Homeoffice und Datendurchsatz Internet da geht ordentlich die Luzi ab würde ich sagen die DZX brennt nein äh mit einem Datendurchsatz von 10 10 Alter ein Datendurchsatz von 10 Terabit pro Sekunde hat der größte deutsche Internet Knoten einen neuen Rekordwert verzeichnet unter anderem kommt das Ganze zustande durch die US-Wahl durch deutlich mehr Videostreams und natürlich auch Gaming durch die Corona-Krise sind mehr Leute zu Hause und dementsprechend ist natürlich der Durchsatz auch höher ähm interessanterweise ist er ungewöhnlich hochgestiegen normalerweise steigt er ungefähr um 10% jährlich ähm dieses Mal war es eine Steigerung von rund 40% von 7,1 Terabit auf über 10 Terabit das entspricht übrigens nebenbei so 2,2 Millionen HD-Videos im Stream nicht schlecht ja ja was auch nicht schlecht ist äh VMWare VMWare ganz nach Neigung wie man möchte äh hat jetzt eine ESXi Variante das ist ja der Hypervisor von äh von VMware rausgebracht für ARM-Plattformen also für die ARM-Plattformen äh ist ganz interessant weil dann kann man zum Beispiel auf seinem Raspberry Pi ähm ja virtuelle Maschinen betreiben äh äh ist sehr spannend finde ich und ähm wird wahrscheinlich auch in Zukunft äh könnt ihr mir vorstellen öfters kommen dass irgendwie in Zukunft auch äh Server auf der ARM-Plattformen laufen Apple hat ja jetzt äh mit ihren Silicon äh Macs haben sie ja jetzt auch eben auf die ARM-Plattformen geswitcht ähm und letztendlich finde ich das eigentlich eine interessante Entwicklung man muss allerdings dazu sagen dass sich diese Version erst mal äh nur an Entwickler richtet und für den produktiven Einsatz eigentlich nicht geeignet ist aber ich glaube dass das zukünftig nicht mehr äh so sein wird und irgendwann das Ding auch produktiv im Einsatz ist und dann hat man vielleicht auch äh wenn es sich anbietet natürlich nur im Firmennetzwerk auch einen ESXi mit einer ARM-Plattformen um da bestimmte Applikationen drauf zu betreiben ähm die Entwicklung wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und alles aber grundsätzlich schon mal ganz interessant und äh ich glaube ich werde es mir auch mal laden und mal anschauen ähm ihr wisst ja VM-Ware mag ich ganz gern ich hatte jetzt die Woche eine Situation ich habe David ja schon erzählt äh wo ich kurzzeitig mal an VM-Ware gezweifelt habe und am Ende habe ich dann gemerkt hoppla das war doch ein Layer-8-Fehler ähm und äh da ist mir eine ganze VM-Ware umgekippt ähm nach einem Update und da hat man natürlich erst mal das Update in Verdacht bis sich dann rausgestellt hat ja das war einfach nur ein ähm ja ein sehr verschachtelter Snapshot also auch das Thema was ich immer bei Schulungen und so weiter erwähne dass man Snapshots nicht so lang aufheben soll war genau hier der Fall bei dem System Kundensystem mit einem Snapshot der im September äh erstellt wurde ja und dann ist eben der ganze ähm man muss dazu sagen das ganze lief auch auf einem äh Wisan und äh das ganze war auch ja Software-defined Storage halt und ist dann eben umgekippt performance-mäßig ich war dann irgendwann so weit dass ich das Ding migrieren wollte und so weiter äh auf eine andere Plattform hab die Festplatten überprüft Raid-Controller und so weiter und so fort ähm Quatsch nicht Raid-Controller sondern den den ähm SCSI-Controller ähm auf jeden Fall war das eine ganz äh witzige Geschichte deswegen Leute löscht eure Snapshots nicht länger als 48 Stunden wenn es nicht unbedingt sein muss und äh vorm äh ja ESXi-Update sollte man vielleicht auch alle Snapshots mal löschen das nur mal so als kleiner Tipp am Rande äh wenn man keine ähm ja Abende verschwenden möchte mit sowas jo dann äh kommen wir mal zum Thema ja Passwörter und VPN da hat sich mal wieder meine ja meine Freunde von Fortinet die haben sich da was gegönnt genau genau da ist jetzt nämlich eine Liste mit 50.000 Logindaten geleakt und allen Admins ist geraten die Passwörter für diese Zugänge zu ändern und zwar dringendst weil diese Passwörter waren teils im Klartext äh zu finden ja also Fortinet ich weiß nicht ich ich kenne einige Administratoren die schwören da drauf ich hatte ich habe schon seit Jahren bei Fortinet immer so ein ungutes Gefühl die hatten ja auch schon mal so eine Geschichte mit irgendwelchen Master Root Passwörtern auf allen Appliances und solche Geschichten schwierig also die Beziehung zu Fortinet ist in meinen Augen etwas schwierig aber es ist halt sehr weit verbreitet und Leute falls ihr so ein Ding im Einsatz habt dann schaut mal genauer drauf wer auch genauer drauf schauen sollte das sind aktuell Kliniken und Versorgungsunternehmen die sind aktuell sehr im Fokus von Angriffen und es liegt ja nahe gerade jetzt in der Corona Krise möchte man natürlich auch als Cyberkrimineller möglichst weit in solche Infrastrukturthemen vordringen weil die wissen ja da ist noch Geld vorhanden teilweise staatliche Geschichten oder es wird halt dann auch finanziell nachgeholfen wenn es zu einem ja Sicherheitsvorfall kommt und man hat es ja damals gesehen Klinikum Düsseldorf zum Beispiel oder Neuss vor ein paar Jahren dass es halt durchaus kritisch ist wenn sowas passiert und gerade in der Corona Krise so ein ja Intensivstation die läuft mittlerweile so IT gestützt in den meisten Kliniken dass es schon heftig ist wenn da irgendwelche Sicherheitsvorfälle passieren und man möchte sich das gar nicht vorstellen was da eben vor sich geht wenn so solche Systeme verschlüsselt werden oder in irgendeiner Form manipuliert werden das ist schon ziemlich heftig deswegen da sollte auch der Fokus in den nächsten Monaten wenn nicht sogar Jahren darauf liegen dass man eben die ganze Geschichte immer aktuell hält gut aktuell halten sollte man auch seine Systeme dafür hatten wir ja die Kategorie Achtung Update und wir haben jetzt wieder einige Hersteller aus Zeitgründen werde ich jetzt mal nur so grob die ganzen Hersteller durchgehen falls ihr ein Device habt oder die Software im Einsatz habt solltet ihr auf jeden Fall mal gucken ob ihr da Updates findet wir fangen mal oben an Nvidia Geforce Experience dann die Cisco Software für Netzwerkschutz und Management Windows hat wieder ein paar Sicherheitslücken die hatten ja auch wieder Patchday SAP Produkte sind dabei Cisco Router Adobe ist auch dabei habe ich auch schon bei mir gesehen Firefox und Thunderbird das Zwangsupdate von oder Upgrade vielmehr von Windows 1903 auf 1909 ist angestoßen worden von Microsoft Synology Synology so ein bisschen Probleme mit ihrer Diskstation Manager Software die Mobile Device Management Software Mobile Iron hat einige Schwachstellen die von den britischen Sicherheitsbehörden auch angemakelt wurden IBM ist dabei ach ja unsere Freunde von McAfee die sind auch mit am Start und es gibt auch Patches für Android Android 8.0 bis 11 und es gibt auch Notfallpatches für den Adobe Acrobat Reader so und jetzt kommen wir mal wieder zu den normalen Themen würde ich sagen es gab ja auch ja eine etwas kleinere Störung bei Amazon klein ist bei Amazon immer relativ weil das hat halt große Auswirkungen und für manche Leute sieht es fast so aus als wäre das ganze Internet offline David was war denn da los ja erinnert mich gerade spontan an eine E-Mail die ich letztens bekommen habe kleiner Massenausfall ich weiß nicht aber ja bei AWS gab es ein paar Probleme für zahlreiche Webseiten und zwar hatten die Probleme mit ihrer Chinesis Data Streams API die war wohl irgendwie nicht ganz so auf Höhe wie sie hätte sein sondern sag ich einfach mal ziemlich kompliziertes Thema aber im Endeffekt hat es halt große Seiten wie 1Password Adobe Spark Autodesk und Flickr Pokemon Go und oder die Washington Post betroffen und die hatten dadurch extrem Probleme teilweise haben die Seiten gar nicht geladen teilweise extrem langsam ja war halt keine sehr schöne Sache sie haben es dann wohl wieder hingewogen bekommen aber es hat natürlich ziemlich wieder verärgert da hängen ziemlich viele Dienste mit dran auf jeden Fall das merkt man auf jeden Fall ja es gab auch jetzt ein Update vom RKI beziehungsweise von der Corona Warn App die soll ja ein bisschen aufgebohrt werden was man ja grundsätzlich auch begrüßen sollte weil die App an sich im Moment ist ja nicht gerade spektakulär und bietet jetzt nicht so viele Möglichkeiten aber Georg was ist denn da eigentlich noch reingekommen eigentlich nichts spektakuläres die Risikoüberprüfung die kann jetzt nämlich mehrweise täglich aktiviert werden das war jetzt sofort dass die bloß einmal am Tag durchgeführt wurde und dann werden auch noch wie steht also wenn jemand quasi Nachricht bekommt ja okay du hast jetzt du bist Corona positiv dann kriegt der nochmal eine Benachrichtigung dass der das Testergebnis noch teilen muss achso das ist natürlich auch sinnvoll aber ob sie Leute halt machen ist halt wieder eine andere Geschichte was ich ja interessant fand es war ja auch in der Diskussion ob man den Datenschutz so ein bisschen auflockern möchte wobei ich sagen muss erstens mal würdest du noch mehr Leute abschrecken weil es gibt ja auch Leute die immer noch glauben dass sie halt mit der Corona App total überwacht werden und was auch immer auch wenn es mittlerweile wissenschaftlich widerlegt ist auch von Leuten die sich damit auskennen aber es gibt halt immer noch genügend Leute die da sehr kritisch mit umgehen zum anderen ist halt auch die Sache was bringt es letztendlich ist es doch wurscht ob es der Heinz Huber ist oder der Hans Müller völlig egal wenn die ID dieses Pseudonym diese sag ich mal riesige Zahlenkolonne wenn die irgendwie ausgelöst wird dann kriegt er eine Warnung aufs Handy egal wie der Typ heißt wo der wohnt und was auch immer sondern es ist eigentlich nur wichtig dass der Bescheid bekommt und dass der auch andere Leute warnt ich finde ich habe jetzt neulich was gesehen in Neuseeland zum Beispiel die haben sehr 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 niedrige Corona Zahlen und bei denen ist Corona im Moment eigentlich fast kein Thema mehr die feiern auch schon wieder die ersten Partys und haben auch schon wieder ihre Shopping Malls geöffnet großartig ohne Lockdown Einschränkungen und so weiter und die gehen dann einen ganz anderen Weg die haben halt die App aufgebohrt mit der App kannst du halt auch dein Kontakt Tagebuch führen in Form zum Beispiel von QR-Codes die alle möglichen Läden außen haben den scannst du ein und dann wird registriert in welchen Laden warst du und dann kann man da halt vieles noch mehr nachvollziehen Leute früher in Quarantäne schicken und die haben halt insgesamt sehr niedrige Zahlen was vielleicht auch ein bisschen an der Digitalisierung legt die nutzen zum Beispiel auch viel Lieferdienste oder eben auch Abholdienste dass du zum Beispiel im Supermarkt nicht mehr durchlaufen musst sondern du bestellst es und dann fährst du dorthin und dann holst du einfach dein Zeug ab dann ist dort so eine Packstation wie man es von DHL kennt und dann holt man dort einfach seine Einkäufe ab kontaktlos mit dem Handy zum Beispiel eine Maßnahme von vielen so und diese ganzen Geschichten die haben jetzt dazu geführt dass die mittlerweile ein wieder normales Leben führen können mit Corona eben durch solche Maßnahmen natürlich setzen die auch ein bisschen noch auf Masken und so weiter aber im Prinzip ist es eigentlich wieder relativ normal und das ist halt was wo ich sag eigentlich müssen Bevölkerung klar nachdem du halt solche Schwachmaten jetzt siehst wie in ja wie hier jetzt in Thüringen zum Beispiel was Hildburghausen was da jetzt passiert ist das lässt halt auch viele Leute zurück einfach mit Kopf schütteln und es ist halt mit der Digitalisierung haben es wir Deutschen leider nicht so das ist halt eine Minderheit die so drauf ist und dann macht den Leuten mal klar dass sie dann den QR-Code scannen sollen wenn sie in Laden betreten oder so schwierig aber in Neuseeland funktioniert da ist das interessante dass jetzt die fantastischen vier zusammen mit der firma nexenio genau an einer solchen app arbeiten die wird dann luke heißen und da geht es auch darum dass man quasi so ein QR-Code einscannt ja ja also auf jeden Fall sinnvoll und das ist ja auch keine Raketen QR-Code lesen kann und was weiß ich irgendwo was ablegt in ihrem Speicher oder in der Cloud oder wie auch immer das ist keine Raketenwissenschaft das ist einfach das ist Brot und Butter Geschäft für App Entwickler muss man mal ganz ehrlich sagen diese Corona Warn App an sich die Infrastruktur da haben wir ja schon mal ausführlich drüber gequatscht brauchen wir nicht nochmal wiederholen das ist natürlich noch mal ein bisschen aufwändiger aber solche Geschichten die dann noch oben ranzuflanschen oder zum Beispiel dass ich selber erfassen kann über einen Kartendienst muss ja nicht unbedingt Google Maps sein kann ja auch Open Street Map oder irgendwas anderes sein dass man dann erfassen kann wo war ich denn zum Beispiel in welchen Restaurants war ich und so weiter und so fort das sollte doch eigentlich kein großes Thema sein aber ja gut scheinbar wollten sie das auch für Lau haben ach nee ich habe ganz vergessen SAP und Telekom waren ja da im Spiel nee aber es ist schwierig also ich verstehe es nicht wahrscheinlich wäre mehr dabei rausgekommen wenn man das dem Chaos Computer Club in die Hand gegeben hätte oder so die hätten wahrscheinlich ehrenamtlich da mehr rausgeholt oder irgendwelche Computer Hacker Spaces oder irgendwas als die Geschichte jetzt aber egal ja was noch ganz interessant ist habe ich mal mitnotiert der Vivaldi Browser bekommt jetzt einen integrierten E-Mail Client da waren sie ja früher mal die Opera Entwickler ja die alten Leute werden sich erinnern früher hatte ja auch mal Opera einen E-Mail Client drin der war eher naja aber warum nicht können sie mal versuchen Vivaldi könnt ihr euch ja mal angucken vielleicht ist das was für euch oder ist interessant für euch ich nutze halt ganz gern doch einen richtigen E-Mail Client was auch interessant ist dass dieser Versuch mit den E-Highways also das sind diese Autobahnabschnitte in denen sich Oberleitung für ja E-LKWs befinden dass die halt relativ positiv jetzt ausgefallen sind und das sagt zumindest der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Buchholz dass eben dieses Testumfeld durchaus positiv ist wenn wir mal ehrlich sind das ist nichts Neues ich habe neulich einen Bericht gesehen da ging es um solche Oberleitungsbusse die früher zum Beispiel schon in der DDR eingesetzt wurden und das hat auch jahrelang funktioniert man hat das halt irgendwann zurückgebaut weil der Diesel so günstig war die fahren sogar so noch in Russland eins zu eins rum genau richtig also von daher das ist kein neues Konzept aber es ist schön dass sie jetzt gemerkt haben hey das funktioniert vielleicht kommt es ja dann auch in Deutschland das wäre auf jeden Fall auch ein Beitrag für den Umweltschutz ja dann Dinge die nicht funktionieren ist anscheinend wie User leider immer noch mit ihren Passwörtern und Credentials umgehen vielleicht wäre der ein oder andere von euch ja auch betroffen und wurde im Juli rum auf Spotify aufgefordert sein Passwort zu ändern beziehungsweise nicht nur aufgefordert sondern dazu gezwungen sage ich mal und zwar ist einem Sicherheitsforscher der Firma VPN Mentor Anfang Juli diesen Jahres eine ungesicherte Elastic Search Datenbank aufgefallen das hat mir ja schon mal wollte ich gerade sagen und zwar waren in dieser Elastic Search Datenbank Zugangsdaten und weitere Daten von 300.000 bis 350.000 Nutzern des Streamingdienstes Spotify jetzt muss man dazu sagen die haben Spotify kontaktiert und das Datenleck kommt nicht von Spotify sondern diese Daten kommen von Angriffen mit ich sag mal Credential Stuffing also es schaut eben so aus dass diese Daten einfach aus anderen Leaks kommen und die Hacker haben halt dann einfach eine Datenbank erstellt mit diesen ganzen gefischten Daten und die einfach ausprobiert auf sämtlichen ich vermute mal Seiten nicht nur Spotify sondern auch Facebook und alles mögliche und die die funktioniert haben haben sie dann in dieser Datenbank abgespeichert inwiefern diese Angriffe natürlich jetzt genutzt worden sind bei Spotify ja weiß man nicht aber nachdem ja leider immer noch sehr viele Leute das gleiche Passwort überall verwenden und dann auch noch ein schlechtes Passwort verwenden sieht man hier auch mal wieder wie wichtig es ist unterschiedliche Passwörter zu haben weil da bringt das beste Passwort halt nichts wenn es irgendwo mal ein Leak gibt und du hast das auf 50 anderen Seiten auch noch ja also ich habe es gemerkt ich konnte das jetzt nicht zuordnen weil ich habe den den Background nicht gehabt aber ich habe es gemerkt weil ich hatte noch einen alten Spotify Account den ich mir irgendwann mal geklickt hatte und an dem also da habe ich gar nicht mehr dran gedacht dass der noch existiert ich habe nur dann irgendwann E-Mails bekommen dass auf dem Account irgendwie Login aus Russland oder was weiß ich wo das überall her kam und dann ach ja du hast ja noch ein Spotify auf dieser E-Mail Adresse laufen und dann habe ich halt irgendwann mich dann eingeloggt das Kennwort geändert und dann war Ruhe aber es wurde dann versucht sich da anzumelden letztendlich es war dann eh ein Free Account weil mein ja mein Bezahlabo das habe ich mittlerweile auf einem anderen Account aber letztendlich wurde das Ding auch genutzt für irgendwas man wollte wahrscheinlich gucken hey ist da ein Konto eine Bezahlung dahinter und dass man das vielleicht weiterverkauft oder irgendwas das passiert ja auch regelmäßig dass solche Konten geknackt werden Passwort geändert und wenn man im Voraus mit so einer Prepaid Karte oder irgendwas das Ding aufgeladen hat dann kann man das ja noch ein Stück nutzen und dann wird dieser Account halt einfach auf Ebay vertickt oder sonst wo ähm ja aber es war ganz interessant und es waren halt ständig auch Logins also ich habe das am Anfang einfach ignoriert äh und irgendwann habe ich gedacht das nervt eigentlich dann musst du doch mal in den Account reingucken und das wurde zigmal probiert von verschiedensten IP-Adressen aus äh hat man versucht sich da einzuloggen jetzt weiß ich warum so kann's gehen so das war's auch schon heute haben wir ein bisschen überzogen aber wir haben gut aufgeräumt mit den Themen äh ich hoffe da war für euch was dabei schöne Grüße gehen auch nochmal an die ganzen Leute die uns geschrieben haben vielen Dank wir freuen uns natürlich wieder auf euer Feedback ihr könnt es über das Formular entweder machen von der Umfrage der Woche dann ist das alles schön anonym da könnt ihr auch abstimmen oder sollt ihr auch abstimmen oder ihr könnt einfach ganz klassisch einen Kommentar schreiben wir haben auch eine E-Mail Adresse die lautet techtalk at kursofu.com äh ja dann möchte ich nochmal kurz auf unser Folding at Home hinweisen wer bei Folding at Home aktiv ist der kann unseren Team joinen und kann da mit äh rechnen für den guten Zweck einfach folding.kursofu.com im Browser eingeben dann kommt ihr auf das Team und dann könnt ihr die ID äh verwenden und könnt dann da auch mit äh berechnen für den guten Zweck und ja ansonsten außer ihr habt noch was wünsche ich euch schöne Tage bleibt gesund und wir hören uns bald wieder bis dann Tschüss in weh Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018